Und passen, dann passen, passen. Ja. Du 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 du. Ja. 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 Genau so, ne? Das findest... ach so hier alex oder ich weiß nicht habe ich das schon mal geschickt vielleicht vielleicht nicht weiß ich auch nicht peri2n glaube ich hieß der ja ok hier kriegst ein bisschen nach hausaufgaben wenn du auf buchbereitschaft bist kannst du dir das aus lange weile angucken er zeigt in jedem video dings an brimstone mollys an ist ein brimstone maine seien jahren der hat schwarz oder auch ein paar einfache der hat auch schwarz ja ich merke schon grischa will richtige profis aus uns machen ja was alex alex hat das gesagt alex hat gesagt er will line up zu lernen ich habe ihn nicht dazu gezwungen ja die mama muss ich doch langsam hier bessern oder nicht ein bisschen performance zeigen also ich schwere um zu verlieren ich weiß nicht wie es ja das merkt man auch die war das war kein scherz von dem oder ich krieg auch fürs verlieren eine medaille ja ich bin so eine falsche generation geboren für so eine schweiz muss man noch mal in die schule gehen diese mit mitmach urkunden oder wie der schweiz heißt die haben die eigentlich das überall jetzt abgeschafft oder war das nur in unserem bundesland was denn die haben diese bundesjugendspiele abgeschafft ach so wusste ich erst vor ein oder zwei jahren übelst behindert stimmt hat michi glaube ich erzählt komplett dumm vor allem weil ja weil manche sind nicht gut im sport naja und ist das jetzt what the fuck ja und das soll immer auch für ein fett zu sein ja genau das also ja ja die werden halt das ist ja das ding die werden auch außerhalb also es ist ja nicht so dass irgendwie fette außerhalb vom sport nicht gemobbt werden die tun so als die wollen alle irgendwie in einem safe space geben das funktioniert halt nicht so ein bullshit auf die fetten wird geachtet ne aber was ist mit dem sportlichen die ja jetzt mal ohne scheiß ist halt echt so das ist jetzt diskriminierung der fetten gegenüber ey na eben nicht diskriminierung der sportlichen gegenüber so rum ne hab ich doch gesagt also der fitten nein du hast gesagt diskriminierung gegenüber den fetten das ist nicht diskriminierung gegenüber fetten der fitten ach der fitten ach so nicht der titten nein das ich hab äh fetten fit fit wie ein Turnschuh wenn du so weiter machst dann reibe ich alex welchen fett ein okay gut was hättest du davon alex das ist mein stichwort ich bin kurz weg ey jetzt komm mal ja dann starten die runde ha ha starten die runde ja joga ja ja sowieso was ist mit dem hier ja 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 wie schreibt ihr mir irgendwann heute nachmittag ich glaub gegen um vier oder so an ich so wenn du willst kann ich dir ein paar shock dart lineups zeigen der so okay später irgendwie schreibt mir eine stunde später oder so ja okay mach mal ich so ja dann komm online ah du meinst ingame ne dann machen wir das noch später glaubst du ist dazu gekommen ich dachte wir würden mir ein video schicken oder so ne seite alter joga du kannst ja wohl selber shock dart bei youtube eingeben oder ja deswegen hab ich mich auch verwundert das kann man weg machen absoluto spielen wir nicht ne es gibt zum beispiel also ich weiß nicht genau aber es gibt eins von b nach c zum beispiel ne ja ich muss meine löser nicht durchgucken ja 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 pilz ja 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 ich gehen aber nicht vergessen ja bitte ich habe gesagt ich streame nicht vergessen ja so das heißt Das Stolz des Maximums, was man sagen sollte. Ich werde dir gar nicht eingeladen, Junge. Ja, du hast dich doch verpisst. Junge, du bist da fertig gegangen. Ich bin für zwei Sekunden kapiert. Entschuldigung, Junge. Du weißt, du gehst aber kacken. Ich geh raus, ich lad den F*** hier ein. Geh mal raus, Alex. Okay, okay. Machen die sich hier warm ohne mich, ey. Ja, anscheinend brauchst du das ja nicht. Mit Hoion nicht. Aber ich will ja trotzdem mitmachen. Ja, ach so. So ist das also. Okay. Also um zu verlieren, brauche ich mich nicht warm zu machen. Geht das Mikro so bei mir? Ja. Jetzt kommt noch, ja. Okay. Und warum? Willst du es verschlechtern, oder? Ja, Alex beschwert sich immer. Ja, gestern. Junge. Hat man gehört. Weißt du? Das ist, als ob dein Mikro nicht in einem Bund ist, und du das mit Absicht immer eine andere Reichweite einstellst beim Mikro. Ich würde es ja verstehen, wenn du ein externes hättest, wie ich. Aber nein. Du hast kein externes. Du hast ein Headset, oder? Du hast ein Headset. Ja, natürlich. Deswegen verstehe ich das auch nicht. Das macht absolut keinen Sinn, dass er sich jedes Mal anders anhört. Was für, wenn man streamen will, welche Kamera ist gut? Einfach die von Lobbytec. Also 10 922 ist das, glaube ich. Mike. Einfach irgendeine USB-Mike, was so um die, je nachdem wie du da ausgeben willst. 100 Euro. Was für ein Temo, für 10 Euro? 100 Euro. Wenn du bei Temo einkaufst, dann reiche ich dir die Eier ab, ey. Ganz ehrlich. Das Schlimmste, was du machen kannst. Es sind genau die gleichen Leute, die bei Wish einkaufen. Naja, kompletter Huren-Söhne sind dort als Menschen. Ja, ich dachte, du bist jetzt nicht so im Temo. Ja. Ist das nicht das Gleiche? Ja, Dropshipping. Die beste, es wo gibt, alter. Müll einkaufen und dann teuer weiterverkaufen. Fantastisch. Alles gedauert. Wenn 200 Euro kostet, kann ich absetzen. Alles absetzen. 200 Euro kannst du schon ein riesig krankes Mike kaufen, aber wenn du schon so ein teures haben willst, dann lohnt sich das gefühlt nicht, USB-Mike zu holen. Da kannst du dir auch ein Pack. Oh Gott. Ich habe vergessen, wie das heißt. Also halt mit einem Audio. Dann sag ich aber, da brauch ich doch auch eine passende Karte dazu. Ne, für den USB-Mike nicht. USB-Mike ist einfach... Ja, ne, für Sound meinst du für den Anschluss. Genau, das heißt, das nennt sich Audio-Interface nennt sich das genau. Ah, ich habe nicht mal das hier eingestellt. Ey, das ist doch eh Deathmatch, Theo. Da war da jetzt noch einer, oder? Bei euch läuft es schon, ne? Ich bin immer noch im Ladebüttchen. Wie, du bist im Ladebüttchen? Achso. Ja. Dein Ernst? Das läuft immer noch? Ja. Junge, dann kauf dir jetzt das Deathmatch mal, ey. Das ist einfach unlustig. Das... Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann das bei dir immer noch laden. Wir spielen schon seit zwei Minuten fast. Okay. Jetzt bin ich drunter. What the fuck, ey. Deine HDD, Alter. Wie geil ist die denn? Nur mal. Ah, schade. Ich wollte immer ein bisschen verarschen. schlecht ich hasse diese karte für deathmatch man muss fünf stunden jemanden suchen oder soll ich das war alex wer ist denn alex so ich andere der mit der holte joh halex hinter dir ja so eine neue hat Wenn eine neue HDD ist, macht irgendwie keinen Sinn, sich zu kaufen, wenn man schon eine hat. Da muss ich auch gleich eine SSD kaufen. So, HDD macht allgemeine Auslöger, das ist kein Sinn. Ja, deswegen, ja. Und auch so viele Daten. Ja. Auch nicht wirklich, weil SSDs mittlerweile ziemlich billig sind. Also, vor allem den... Guck mal, also, wenn du das jetzt nur für Daten kaufst. Okay, es ist jetzt eine Sache, wenn du, keine Ahnung, irgendwie ein Opa bist und nur Daten abspeichert. Aber wenn du halt wirklich Daten die ganze Zeit überlegst, Alter, macht zum Beispiel HDD auch wieder keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde es halt komplett schwach, wenn ich... Wenn man halt einen Budget-Rechner macht oder sowas, okay, dann verstehe ich das noch. Ja, aber sonst... Bullshit. Oder halt einen Retro-Rechner. Ja, cool. Ja, aber ein Rechner. Ey, Mann, ich brauche... Ich verbringe so viel Zeit, jemanden zu finden, ey. Das ist unglaublich. Okay, da war mal eins. Ich habe nichts mehr gesagt. Oh, Leute. Geht's ja nicht darum, die Kills zu machen, sondern versuche einfach, die Winkel ordentlich zu picken. Ich habe das gehört, aber ich habe mich in den Boom gedreht. Oh mein Gott, hinter mir auch einer? Ich krieg dich doch. Oh mein Gott, hinter mir auch einer? Nein, das würde das Game kaputt machen. Oh, fuck. Das ist ein anderes Game, Theo. Also, darf ich nicht vergessen, hier gibt es ja auch Fähigkeiten und alles. Und wenn du die FPV umstellen könntest, dann hättest du theoretisch Vorteile. Was ist nicht, dass du irgendwelche Fähigkeiten zum Beispiel nicht mehr siehst oder sowas. Oder andersrum, du würdest halt nicht mehr geflasht werden, weil du halt eine andere FPV hast oder sowas. Also, das ist... Ja. Meine Meinung nach, nicht sinnvoll in diesem Spiel. Lass dich killen. Lass dich killen. Lass dich killen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Natürlich bieter von dahinten. Tulip. Oh mein Gott. Junge halt. Die pieken mich rein. Nur wegen dir, maaan. Hey, wegen mir, was? Achso, ja, gut. Das letzte Kill ja auch noch mit Pistol. Ja, weil mich zwei Leute gepiekt haben. Aber ja. Das ging auch besser. Vor wem mehr die Waffe nach vorne anheben oder runterheben. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich damit eh nicht so gut aus, aber... Zwei Kills hinter Grisha. Hm. Okay. Ich bin stolz auf dich. Du bist doch ganze... Drei Ränge hinter Alex. Ja, komisch, ne? Ja. Das heißt, spielen, ne? Dass die Debt Menschen nicht bewerten, ne? Match found. Ja. Sunset. Sunset. Ja, siehst du doch, Theo. Dima ist Eisen 3. Alex ist Bronze 3. Ich bin Silber 1 auf dem Account. Sunset. Okay. Ich bin das Anfang. Ich bin das Ende. Ich bin das Ende. Ha ha. Amassbar. Amassbar. Amassbar, meinst du. Oh mein Gott. Ah. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Perfekt. Und wie gesagt, ganz wichtig, dass du Fähigkeiten spammen kannst. Ich streame gleich, muss man nur sonst machen, das Internet ist richtig kacke, achso. Ja, wir sind Verteidiger, ne? Ja, wir sind Verteidiger, geh mal B, Alex. Smoke, weh, smoke, weh. Doch, 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 musst du, musst du, Alex. Nicht, wenn die da drin ist, ist es egal. Ihr bad, wenn die da drin ist. Kommt die rein? Ne? Super, super. Go, get back, Reiner, if you can. Stay safe. Dima, geh nach A, geh nach A, geh nach A, geh nach A. Ab nach A, ab nach A, ab nach A. Mord, ich mach eine Smoke, Alex. Oh mein Gott. Willen wir mit einem Fünfjährigen, oder was? Nicht sterben, Dima? War super. Ich lauf nach Dings, Alex, ich lauf nach A. Ich glaub, die rotieren auch Dima, oder? Dima, hörst du was, oder nicht? Ja. Okay, einer mit? Mitte ist Reiner. Nice. Alex, komm mit, komm, 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 komm. Eier, 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 komm. Ja, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Fuck. Und jetzt, langsam, langsam, langsam. Langsam, langsam. Ich hab gekoelt, 3 und 40 gemacht. Ja? Wir chillen, wir chillen, wir chillen. Wir lassen die planten. Alles gut. Wir wissen nicht, wo wir sind. Geh nach links. Aber langsam, langsam, langsam. Komm, rein, 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 rein. Guck hinter der Box, hast du hinter der Box? Nein, okay, nein. Oh mein Gott, wir haben beide dahin geguckt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ho, 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 ho. Mein Bad, mein Bad. Ich hätte mal hingucken müssen. Scheiße, da hätte ich mal hingeguckt und ich hätte mich nicht umgedreht. Scheiße. Äh, geh mal an, Alex. Was? So, wie heißt das? Mit Kershauts und Silentling? So, wie heißt das? Mit Kershauts und Silentling? Okay, hab zwei, hab zwei, hab zwei, hab zwei. Ja. Einen mehr und B-Main. Na, einer. Einer war da. Aber Speck war da, oder? Ja. Onside, onside, onside. Komm, kill den zusammen. Rechts. Rechts, Alex. Rechts. Oh, bist ein Kunde. Komm, push. Nice. Pudi. Nice, Jungs. Schön. Wunderschön. Nein. Hä? Wie? Was hast du gemacht? Ich hab' mir Waffe da bekommen. Ach so. Ich kann ja jetzt kaufen. Ähm. H still has money, so care. Die Gurumi Hose. Baby Hose. Erst. Nast. Stepp es E. Going mid. Schmeich noch deine Wolken, damit du aufpassen kannst. Ich geh' mit, bitte. Hier raus, step son. Hey. K. Ja, Alex ist zugeworfen. Ne, die war hier. Nice. So embarrassing. Good job guys. Let's go here. Did you just assume my gender? You monkey. Geh mal, geh mal, Alex, geh mal. Ja, dann gehe ich mit. Rainer, kann du play Market? But don't close the door, please. Thanks. Ich kann, kann ich... Hey, Alex? Was ist ein Guardian? Why? Ja, die hab ich noch. Ja. Aber nächste Runde nicht mehr, da hast du dann irgendwo money. Ja, ja. Lauf die mal, lauf, 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 lauf. Ich helf dir gleich. Guck, Elbow, guck dahin die mal. Dahin, 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 dahin. Kümmer dich da drum. Oh, god. 3, 3 on a main. Das war ein scheiß Peak. Better weggehen müssen. Okay, Alex. Chill, chill, chill. Naja, okay. That was it. Okay, yeah. Egal, egal. Weiner, can you blind? Na ja. Both right here. Peek, 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 Alex. Ja, genau. Oh. Fuck. Miss click. Ja. This one. Miss click. Behind you? That's right. Yes, sir. That's right. That's right. Game up here, Alex. I'm gonna play A. Okay. Jet ulti. I'm watching it. Okay. Do we want to smoke here? Yeah. No time. Okay. Alex, ich mach hier noch smoke für dich. Du musst dann die angucken, damit die da nicht rauslaufen. Immer schneller. Ja. Nice. Komm mit, komm mit, die Mann. Komm mit. Holt ihr den Ult Optimer. Gehen die rein oder nicht? Okay. I got Spike. Mike. Komm rein, Max. Komm rein. Ja. One enemy remaining. Ich lass mal. Ja, die Sage ist da. Sage ist da. Unter der Box. Boah. In welchen Tegger. 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 Oh, Alex B. wieder. Ich spiele E. Kannst du Markad Rainer spielen? Ja. Danke. Hier. Hier. Weißt du was ich meine? Damit er schnell landet auf dem Boden da. Bei denen. Ja. Nice. 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 Komm. Drohne. Versteck dich und Drohne. Nicht pushen. Oh, das war schlecht. Oh, die Mal. Warum fliegst du denn? Du hast doch ne Drohne. Pushing A hart. Rainer, kann die O? Ja, okay. Ich weiß nicht warum du steppst. Aber egal. Okay. Spike plantet. Alex, bei dir bei dir. Push die, push die, push die. Push die. Rainer, peek, peek, peek. Please, peek. Brimstone is chasing Rainer. Du hast ihn. Nice. Rainer dead. Rainer dead. He's main. He's main probably. Nope, okay. Box, box, box. Alex, rechts, rechts, rechts. Oh, Alex. Ich wusste nicht welche Box du meinst. Ja, ich wusste nicht welche Box du meinst. Hast du nicht gehört, dass er schießt? Brim, you are the Smog Bro. Oh, thank you. Jet, you have a mic bro. Which we haven't used so far. Oh, it's my fault. Well, yes. For 6 rounds you didn't made one call out. So yes, it's your fault. Okay, it's my fault. Sorry, 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 sorry. It's my fault, sorry. Good. Nice. Idiot. Was ist das für ein Blödsinn, Alter. Er benutzt in seinen sechs Runden nicht einmal den Mic und dann sagt, ja, Brimstone hättest du smoken können. Weil, was hättest du smoken sollen? Ja, das ist so beschwertig. Das macht absolut keinen Sinn, ey. Ja, schon mal bei. Nimm mal die Ult Optima. Ja. Ult Open, komm. Alex Molli, wenn du hörst. Ja. Hä, sind die alle da? Die gehen rein, die Leute. Oh, mein Gott. Wie sitzt du drin? Ach. Dich mach tot. Du machst... Na, Dima, der ist genau vor dir, der ist genau vor dir. Ja, vor dir. Ja. Ja, genau vor dir. Ja. Reiner, ihr blind. Komm schon. Nein. Nein. Hey, als ich sieh, sieh, sieh. Das ist der P-Z hier, da. Natürlich ist es ein französer Mann. Natürlich ist es ein französer Mann. Hey, Bro. Es ist so lustig, ne? Ja, er benutzt sechs Runden sein Mike nicht, blamelt dann Alex, Alter, dass er keine Smoke macht, die gar keinen Sinn gemacht hätte. Und dann, wenn wir eine Runde verlieren, spricht er Französisch. Wer hätte es erwartet. Oh mein Gott, ey. So lustig. Wo ist er denn? Du wirst nicht töten meine Allerien. Ah, Alter. Nice. Nice. Hab ich gerade am Hintergrund wieder von Temperaturen gehört? Hast du gemutet oder sowas? Ja, ich hab den gemutet, aber ich hörs durch Steamer. Wir spielen mit. Okay, never mind, er spielt mit er, weil er besser ist, okay. Dann spielen wir mit er. Wie macht ein Dude denn bitte? Ich will den nicht hören. Steps B Main. Steps B. Weiß nicht, wo der Omen ist, also aufpassen. Ich auch nicht. Man, ich bin Omen stark. Planting B. Spike planted. Omen ist viel. Wie? W-what? Okay. ja er hat mich gerecht ist einfach komplett useres einfach die ganze zeit nichts macht dürfen nicht so schnell rein pushen vor allem such mal die molly zu machen das ist nicht hier bewusst oder nur weil die mal eisen ist heißt das nicht das wir gegen eisen spielen eine ganz normale bronze bis gold lobby die dings hier die der geck oder mich jetzt gerecht hat als gold 1 gewesen die mal zurück und ohne zurück und ohne guck elbo kommt ja immer noch selbst ja die sind schon noch zeit ja oh mein gott was macht die rainer denn mein gott alter die scheiß gecko siehst du dass das lernst so friedlich mit dem umgehen ja das ist das problem das ist nur so dass wir direkt dann einfach muten das ist so wie mit dem friedlich und es macht ja nicht mal sinn was er sagt so was wie oh gott habe ich scheiße gebliegt er ist hier rechts alle kose die pikte mal okay never mind das ist unlucky das ist unlucky da die mal du siehst ihn du siehst ihn pushen in front of you rainer mark it mark it mark it macht den tot die mal bitte links da nice good job guys da ist keiner mehr das letzte let's 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 over the fuse fähigkeiten ohne gar nichts einfach raus und ich dich voll durch die kreis jetzt die runde ne ja jetzt die runde äh rainer kann ihr bei für brimstone klatsch alles für quester schnell komm 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 wo ist der auf komm 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 Schultz. Schultz. Nice. Unlaid. Ah. Ah. Rainer, drop the spike. Rainer? Yo, what? Can I have the spike? Thanks. Reloading. Where is Germany? I'm from Germany. What about you? No. Ah. Alex, or here. Doomer, take the spike, please. I'm going with you. Cover going out. Gecko on A. You're fast. Nice. Nice. Eye can eye. Cover going out. Oh, my God. That was so clear, I had to kill them. Oh, market. Oh, man. Alex, Alex. Hey, you don't kill anyone? Oh, my God. Was hast du gestern gesagt? Der sollte komplizieren. Warum piekst denn du raus? Ich hab nicht gesehen, wo die ist. Aber ich hatte gucken können, ja, ja. Nee, du musst mit Deema an der pieken. Deema, Deema hat auch hier geschossen. Warum hat Deema nichts gesagt? Ja. Nee, der hat gar nichts gesagt. Nein. Es geht doch nicht zum Gesagt. Du siehst doch, dass Deema hier ist und hier hinschießt und nach rechts schießt. Oder dass es dann ein Kampf ist. Dann darfst du dich nicht verstecken vor dem Kampf. Oh, wo haben das geschaut? Wohin denn? Du findest hier. Wo willst denn du hinschauen? Außer Market? Ob die von hinten kommen. Nee, du schaust da nicht main, Alex. Du siehst doch den Ausgang gar nicht. Erzählst du dich. Du hast Market vorgeguckt. Wobei egal. Alles klar. Ich hab auch. Ich hab eigentlich bleiben dürfen. Ja, er hat verwartet. Ich glaub die Waffe. Das ist super schön. Wo geht Raider denn? Wo gehen wir überhaupt hin jetzt? Ich dachte, die gehen A. Ich bin zu A-Rotieren, ja. Ich freu mich auf, wo ihr hinwollt. Ja, ich hatte B. Ah, er peekt mich in dem Moment. Spiked, der ist tot. Spiked, in mid. Ein Elbe. Endlich. Es ist egal. Das waren die ersten zwei Runden. Hm. Bleiben in meinem Stim Beacon. Ich werde sie runterladen. Wo ist das Problem, dass wir nachher nicht entern können? Können wir endlich schnell auf A? Wir haben nichts, um uns zu halten. Sie sind auf die Stim Beacon. Nein? Okay. Los geht's. Habe ich A gesagt? Ja, egal. Ich bin der Bär. Ich weiß, wo der Bär ist. Ich weiß, wo der Bär ist, Alex. Hier und da. Aber noch nicht. Jed, kannst du auf die Seite, bitte? Insofern flurken. Das ist Duelist. Jed, wer ist reint? Ja. Genau, Drohne. 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 Wait, wait for der Drohne. Nice. Ich folge der Drohne. Rainer, go push, go push. Ich muss Mox. Ich muss Mox. Oh, Judge. Ich hasse den Bär. Ich hasse den Bär. Ich hasse den Bär. Habt ihr den getötet oder nicht? Ich bin der Judge, ja. Alex, Molly. Dima, du musst Main gucken, ne? Hier hin. Ja, Main, Main, Main. Alex! Jetzt verstehst du nicht. Wo hast du jetzt hingeguckt? Ich war grad dabei, jetzt Smoke zu machen. Och, Mann. In dem Moment kam er genau. Okay, gut. Dann haben wir uns nicht abgesprochen. Weil ich hab die Smoke grad auch selber gemacht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Rainer, das ist ein Eco-Round. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die Jet ist halt leider nicht los. Sie entriert halt nicht für uns. Warum muss ich entriert? Oh, Mann. Kannst du eben... ...just... ...kirren? Ja, die Jet... ...needs to entriert. Was ist das? Ja. 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 Ich will jetzt A. Ja. 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 Ich mach's smoke. Komm. Hier ist keiner, ja. 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 Na, ich sprieße scherz. Aber... Grainer mit. Grainer mit. Er kommt zu dir, er kommt zu dir. Schade. Hast du sie getroffen? Nee, hat er nicht. Glaub ich nicht. Er war eh halb. Oh mein Gott, hätte ich den Gekko gekillt, aber ich weiß auch nicht. Die Defense war eigentlich echt okay, aber perfekt. Hm. Ich weiß nicht, was der Jet macht. Stirbt die die ganze Zeit während sie lurcht oder was macht die? Ich versteh's nicht. Alex oder die man in dem Zweig drückt. Soll ich den grüßen? Jetzt push die Jet. Ich würde das vorher nie gemacht. Rainer O. Ah, ach so, der Omen hat einen Operator. Omen Operator in Market. Links, Dima. Ach so, okay. Schon gequiert. Alex, smoke. Rainer, don't push, don't push. Your power is screwed. Alex, hättet ihr seinen Operator, ne? Ja. Keine Ahnung, warum du da hingehst. So, okay. Ich hab nichts gesagt. Alex, verpasst du mich? Ich hab gesagt, pinsel dir jetzt den Operator. Warum gehst du bei der CT? Nicht bei T. Ich wusste nicht, dass er der letzte ist. Doch. Ist er. Schön, Dima. Schön, Dima. Auf Lades. Ich hab' ihn mit der Drohne gesehen. Ich hab' ihn mal ganz im Kaufen. Ach so. Er spielt einfach Zohle, Alter. Wo hatten die eine gespielt? Hier oder hier? ich bleibe nimmt in die hand was die uhr 321 da die mal die man ja perfekt Da ist noch ein anderer. So, falls sie hinter dir direkt kommt. Go, 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 go. Gekomain. Alex, wo sind smokes? Ich hab die mal aufgepasst. Oh, da ist einer drinnen, die mal. Der Backs will be towards at least one of us. Hast du von oben erwischt Alex? Ja, in der Wolke drückt. Der war einer, ja. Hä, du hast sie doch getötet, Dima. Ja. I can die. I need this. Thank you. Was erzählen wir hier, oder was? Müssen wir her, ne? Ne, wieso? Ist egal. Noch keine Runde. Wir müssen eigentlich Anfang Runde gewinnen, aber Jet spielt halt komplett alleine, also. Hm. Kann ich das nicht mehr? Ja. Alex, smoke. 100%. Was? Äh, Serges. Jet, alter. Was passiert denn hier? Gekomain ist von 20. Was hat Jet jetzt die ganze Zeit gemacht? Boah, die AFK? Kennt ihr doch? Alter. What the fuck, man. Ich bin wegen der Jet jetzt gerade gestorben. Ich halte Main die ganze Zeit, alter. Mich buschen zwei, drei Leute, alter. Thanks. Thanks, man. Jet kann Market alleine nicht halten. Cool. Hauptsache 24 Kills haben. Obwohl 24 Kills haben. das ist mit dem zack zu sehen. Das ist eine Szene. Es ist eine Zwischung geklapp. Und sonst ist nicht mehr schrecklich. Das ist es ein Zuckab, oder? Ich habe mich nicht überledigt. Das ist ein Zuckab, oder? ey digga warum rotiert über die mitte oh mein gott ist so useless wieso mein vater um achten ist so es 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 ben auch eng wenn anh Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott, das ist doch unglaublich. Also jetzt hören wir dich. Jetzt erst, ja. Hä, was? Wir haben dich vorher die ganze Zeit nicht gehört, falls du was gesagt hast. Ja, ich hab doch gesagt, mein Vater ruft mich an, ich müde mich. Okay, okay, okay. Ja, aber du warst am Zocken und keine Ahnung. Nee, ich war nicht am Zocken, ich bin gestorben. Ich hab Gekko gekillt und bin dann tot gewesen. Nee, nee. Nicht mein Vater an, meinst du? Ja, ich hab ne Gutschrift von Paper bekommen, ich weiß nicht warum. Weißt du überhaupt? Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, Digga. Das ist nicht einfach. Wartet kurz. Gehen wir. Ja, oder warten wir im Grieche. Ihr wartet. Wo ist der? Die Spike ist mit dir. Ja, aber wo ist Omen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Gehen wir B oder A? Wenn ich wüsste, wo der ist, lass B gehen, ja. Weiß halt absolut nicht, wo der ist. Du hast Pfeil, Drohne. Nee, scheiß auf die Drohne, geh rein. Bente. Okay, ich weiß nicht, ob wir auch mit Bente, auch ne Idee. Just play for Omen. So, oh nice. Oh mein Gott. Oh, wait. Scheiß Omen mit deinem Operator. Alter. So, was ist Kintrad? Nice, thanks. So, was Kintrad? Welcome. Bah, die doch nicht, Alter. Was ist das für ein Nächster? Die ist, oder? Die mal, kauf dir Schild, kauf dir Schild, die mal, kauf dir Schild. Hey, ist mit die Beste. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Launching Smoke. Was ist das für ein Nächster? Was ist das für ein Nächster? Oh, den Smoke hab ich jetzt nicht gebraucht, Alex. Ja, ich hab jetzt was noch hier sagen müssen. Geht A, geht A, geht A. Rennt A, rennt A, rennt A. Scheiß auf die Smoke, sie alles in den Pestern. Rennt A. Geht A, geht A, geht A. Ich halt diese Scheiße. Mega. Alex? Tschüss, du. Oh mein Gott, als ob Jet jetzt auch stirbt. Der ist das König, Alex. Der ist in der Smoke. Ich sehe den Gönnen nicht. Wie, was ist denn ich? Oh mein Gott. Alex, komm, 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 komm. Komm, 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 komm zu mir. Komm, lauf, 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 Planta. Sehr schön. Nein! Das ist ein Pumpe-Mumu! Hast du nicht gemerkt, als du sie erschossen hast? Nein, hab ich nicht. Oder zu spät. Alex, komm, hast du. Hast du. Nicht pieken, nicht pieken. Chill. Chill. Genau so halten. Halten. Okay, der ist Market, der ist Market. 100 pro. Du piekst nicht, du piekst nicht. Der muss. Jetzt, jetzt piekst du. Piek, 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 piek. Nicht so weit. Der pusht dich. Nein. Du hast es, du hast es, Alex. Du hast es. Nice. Bei sowas nicht in der Ecke verstecken, sondern einfach rauspicken. Wenn er weiß, wo du bist, einfach rauspieken. Weil wenn du in der Ecke stehen bleibst, verlierst du zu 100%. Also, das ist aber schön gespielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warst du noch eine Wolke? Mitte? Irgendwo? Äh, nee, nee. Ich mach schon für mich. Ich weiß das. Wir können einfach warten, lieber. Lass die erstmal pushen. Wir warten einfach. Gucken, ob hier jemand kommt. Wir gehen gleich A, wir gehen A, wir gehen A. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rein, 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 rein. Egal. Smokes. Gekko ist auf A. Äh, auf B mein ich. Ich guck, Boxen. Ja, nice, nice. Ich höre hinter den Boxen. Oh, hier, hier, hinter den Boxen. Ja, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Nice. Keine Ahnung, was ich jetzt. Die war auf A, die war auf B. Don't push, Rainer. We have three versus one. Come back, please. Guck nach hinten, alles. Ich mach bei dir zu. Da kommt die. I think von LA. Shadow's definitely. Nice, GG. Good game, we're late. Oh my God. Glückwunsch. What the fuck? Mein Gott. Das ist ein dämliches Game. Aber egal. Wirklich spät, Jungs. Wir müssen uns wegen den Smokes absprechen, Alex. Das war mein Wert. Wenn einer von uns smoken will, wir müssen einfach direkt kommunizieren. Wenn wir beide dann Smoke auf die eine Stelle machen, das ist erstens dumm und zweitens gucken wir dann gleichzeitig, was halt passiert ist. Ich hab mich umgedreht und wollte die Smoke amane machen. Du hast in dem Sinne das gleiche gemacht. Plus, du hast halt dein scheiß Display vor der Fresse und keine Waffe in der Hand. Zwei Genies, ein Gedanke. Ja. Also, wo ist denn das hier ein Eisenlobby, oder? Hier. Nur Silber. Silber und... Okay, ein Bronze. Ein Gold. Ja. Oder zwei Gold. Mit dir. Äh, nee. Ich bin nicht Gold. Ich bin Silber. Ja, in deinem Haupt... Ja. Achso, ja, hier, ja. Aber ich spiel hier schlechter. Extra für euch, Jungs. Gibt sich extra auf unser Niveau, okay. Barschau ist ja richtig... Na, okay, Alex jetzt, ne? Jetzt mal nicht beleidigen werden, ja? Ich hab's mit Liebe gesagt. Ohne Respekt, aber mit Liebe. Ohne Respekt, aber mit Liebe. Das war so... Ich hab dein Gesicht angespuckt, aber ich hab's wieder abgewischt. Also, ich hab dir die Backpfeffer gegeben. Genau. Mit Liebe. Genau. Ohne Respekt, nicht die Faust benutzt. Und dann so ein Bankkuss. Das ist wieder gut geworden. Nächstes... Ist das abgeschaltet, ne? Ja, okay, gut. Was ist abgeschaltet? Paris. Paris, ja, natürlich ist abgeschaltet. Warschau auch, oder was? Stockhol. Warschau ist ein beschissener Ping, 43 MS. Ach so, okay. Also, das ist jetzt nicht unbedingt... Es ist spielbar auf jeden Fall. Alles über 50, finde ich, nicht spielbar. Aber 40 ist jetzt auch nicht so geil, ne? Stockholm, 38. Ich find's halt komisch, dass Stockholm weniger Ping für uns hat, als... Oder... Ja? Nee. Bei... Ach so, gut. Bei euch macht's Sinn, stimmt. Bei mir macht's keinen Sinn, ja. Bei mir hab ich aber 38 und 39 MS. Bei Warschau und Stockholm, weil's bei mir ungefähr gleich ist. Bei euch ist ja... Klar, bei euch ist ja Warschau weiter weg. Macht ja Sinn. Grace. Okay. Zwei Duel. Zwei Smokes. I am the End. And we have a second duelist? Nein. Cadian ist bei mir schon muted. Ach, die hat keinen Sound, okay. Der hat anscheinend keinen Sound. Das ist mir wieder... Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum die ganzen Leute, die aus Ägypten sind und was weiß ich... Warum spielen die auf diesen Seren? Wenn du überlegst... Ägypten. Was ist bei Ägypten am nächsten dran? Bahrain? Nee. Also von, von dem Server her. Ist auf jeden Fall nicht Frankfurt. Weiß nicht, gibt's Tel Aviv oder sowas? Nee. Ich finde meine Wahl, selbst wenn es für ein Verwärter kauft wird. Ich glaube, da ist noch ein Löser-Sound, oder? Äh, ja. Wie gesagt, Alex, sehr früh die Mollis machen, weil das ist eine kleine Map. Und immer wir die Molli hinmachen oder da. Ähm... Obwohl, ne, ich mach nem... Links... Kann ich den ein bisschen aufhalten, vielleicht? Oder ich nütze, okay. Natürlich, Sage hat mal wieder keine Mauer gekauft. Fantastico. Okay, eine, eine an Beth. Ich weiß nicht, dass es der Einzige ist. Oh, doch. Immer zwei bei mir. Die kommen rein. Oh mein Gott, Junge, übertreib mal. Both there, both there, both Cubby. Nicht da reingehen, die mal. Vorsicht. Ja, ich wollte... Wir sind noch zu weit. Ich hatte... Ah, schade. Ich hätte mehr kriegen können. Ich dachte, der Brimstone hat sich auch verfisst. Die Räder waren 4 vs. 2. Oh, die Räder ist so dumm. So dumm. Alex, bleib B, bleib B. Hier ist ein B, die machen. Ein B. Ein B. Schnell, 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 schnell. Hooker, Alex. Hooker, Hooker, Hooker. Hast du Molli? Molli, Molli. Oh, Alex. Warte, warte, warte. Chillen, chillen. Du chillst, du chillst. Ich komm mal, Alex. Ich wirb's nicht. Spike plantet. Räder, Robot, Robot, Robot. Okay. Komm, Alex, Alex. Deine Kills. Deine Kills. Nur deine Kills. Nur deine Kills. Nein, ein Headshot. Rechtszimmer. Nice. 104 Schaden, der war ohne sicheres Müllkopf. Bei sowas nicht vergessen, rechtsklick, Alex. Wenn du wirklich in seiner Fresse bist, rechtsklick. Ja, ich hatte gleich gedruckt, er hatte ein Schieber rüttet. Nee, so hat sie mir einmal angeschossen. Ja, ja, das war aus Reflexen. Ja, da wollte ich festklick, aber dann war ich schon tot. Ja, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass er in der Box ist. Oh Gott, warum hab ich dann... Brauchst du? Race, can you buy? Nice. Good job, mate. Hier ist die Scheiße hier, oder? Soll ich dann hier den ganz gucken? Ich gucke dann Bart, ne? Ja, so nach Bart. Die Sage wird anscheinend wollen, hoffentlich. Ich mach euch Fallen, ne? Mach... Junge, die steht einfach rum! What? Der Kopf steht jetzt... Hey, die steht einfach rum und guckst du. Okay, jetzt biege ich die mit einer Pistole. Ja. Wer hat's erwartet? A lot of steps, A short. B, 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 B window. Alex, molly, 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 auf window. Die sind schon drin, oder B? Die sind von Garten gekommen, oder wie es heißt, Tweet? Von Sidecapt'n. B's B. Ach, die sind schon, ich bin schon hier drin, am Elbow. Ich hab' wir fünfmal gesagt. Auch hier noch an der Metallbox. Hier, Elbow. Nice. Ja, die mal, das wurde kommuniziert. Ich hab' nur Garten gehört. Now I know, how annoying I feel. Reloading. I'm saving. Mh, Raze? Ah, ne, Moment, ne, Moment. Äh, Dima, hier. Bonus-Runde nicht vergessen, ne? Oh mein Gott, die Sage ist die Seed, ey. Das ist unglaublich. Ja, ist nochmal diese blonde da, aus Norwegen. Hä? Deadlock. Deadlock. Okay. Prima. Fight bitte, so schnell möglich. Oh fuck. Passt. Quats. Boah, ich versteh das nicht. Die machen keine Fähigkeiten, sondern pushen einfach die Smoke, alter. Ich schraff's nicht. Hallo, ich höre nicht. Die sind da. Alex, geh nach A. Watching here. Noch keiner, noch keiner, die noch. Okay, coming in. Let's try. Spike planted. Warum ist einer der teleportiert? Komm ich da jetzt durch? Nee, ne? Aber der ist doch disconnected in der zweiten... Ach, das ist die dritte Runde. Du musst das kaputt machen, ja. Weiter, das hat übelst viel Leben. Hinter euch, hinter euch, hinter dir, Alex. Hinter dir, ja, genau da. Der kommt jetzt. Da. Let's try. Das ist scheiß Ding, viel Leben. Nur die Mitte da beschießen, oder? Äh, wenn du die Mitte beschießt, dann, äh... Dings... Wenn du die Mitte beschießt, dann geht alles kaputt. Wenn du nur die Seite beschießt, dann geht halt die eine Mauer kaputt, die du beschießt. Oh, lol. Nice. Schön, dass du viel von mir. Oh, mein Gott, ich hab's rechtes an... Ich wollte gerade blinden, als ich in der Smoke stand, ey. Meine Fresse, ey. Klingt quasi mich typisch. Nee, da brimmst du und vor allem pusht die Smoke, alter. Waaay. Info, Alex? Oh, mein Gott, war das Schroch. Hm? Kommt ihr, oder nicht? Keine Ahnung, Race ist doch gestorben. Ich weiß nicht, ob hier viele sind. Race, Info? Also, einer ist hier, was ist das B-Long gewesen. Ja, da musst du die Smoke aber nicht machen, Alex, wenn sie schon in der Zeit sind. Oh, mein Gott, die ist... Du bist so ein Kunde, ey. Die sind in der Zeit, du machst die Smoke. Why? Ja, diese... Ich hab die gemacht, da hattest du die da drauf. Mein Vorsicht, der war safe. Durchschießt. Oh ja, oh ja, okay. Man kann nur nicht durchlaufen, Fähigkeiten gehen auch durch, Grisha. Alles geht durch. Alles geht durch. Okay, 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 okay. Ich bin hier. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, nee, das ist wie eine Mauer. Ich glaub, wenn du eine Molly da durch, äh... Du kannst nicht mit... Nee, 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 du kannst mit einer Molly nicht durchschießen. Also, das geht nicht. Nee, Fähigkeiten gehen nicht durch. Füsse gehen durch. Ja, coole Sache, Sage. Finde ich echt krass. Hä? Jetzt sind die wieder da? Die hat wieder Molly-Chat? Oh Lord, die ist getconnected. Immer zurück, zurück und Drohne. Ich komm, ich komm, ich komm mal. Alex, wir werden zusammen gleich den TP benutzen. Komm. Aber da ist noch einer am Leben in der Mitte. Okay, ist da hier... Info oder nicht? Ja. Oh mein Gott. The fuck? Fünf Leute sind auf A-Grim. Keiner sagt was. Okay, cool. Ich mach mir nur... Alex, komm zu mir. Komm, 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 komm. Wir haben's. Oh, ey. Fuck. Alter. Der bathroom. Ich muss mich selber beim nächsten Mal aufs Maufen. Dima, du musst reden. Kollege. Ich hab's gar nicht gemerkt. Was? Ja, aber Sage hat... Sage hat ne... Dima... Was... Also, es geht ja nicht darum, wie viel... Dass du merkst, wie viele Leute steppen. Es geht darum, Sage hat ne Mauer gemacht. Brimstone hat Smokes gemacht. Rainer hat Blinds gemacht. Jed hat bestimmt gedasht. Du hast nicht eine von diesen Fähigkeiten gesagt. Äh. Ich geh auch, okay. Okay. Wie pre-spampt das? Ist das dein Ernst? Was ist das für ein Rang hier, dass die das pre-sprauen? Hey, seid, careful. Planting. Es sind dann Zeit, die man am Fassig-Fassig-Fassig-Fassig-Fassig. Ich glaub, diese Yellow nicht, Alter. Die haben ne Deadlock. Alter, Rainer steht da. Ich weiß nicht. Die haben eine Deadlock. Und Rainer steht hier und die sendet die. Wieso? Wieso? Ich bin nicht wundern. Ich bin nicht wundern. Äh, das ist komplett unverständlich. Und wer hat da Tattoo gemacht? Oder wie das heißt gespielt. Checkbar. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Und die... Einer hat die DIP genommen? Ne, das war ne Leiche. Das war ne Leiche, die runtergefallen ist, anscheinend. Ich hab die Sirena nicht. Die sind schon im B. Da mach ich immer. Okay. Ich geh gleich spielen. Rechts, rechts. Nice. Sage, revive und go B. Revive und Lamps. Boah. Danke. Spike plantet. Direkt auf die Eckart gewartet. Careful, Sage. Last player standing. Okay. Dima, los. Dima. Dima! Hahaha. Hahaha. Hey, das ist... Nee, nicht, dass du bist, Dima. Du läufst, das ist kein Call of Duty. Halt die Backe, ich muss den erwischen. Du musst stehen bleiben. Das ist das, was du musst. Ja, wenn er um die Ecke läuft, soll ich... Der ist nicht um die Ecke gelaufen. Lass mal keinen Scheiß. Bleib stehen und schieß. Mach mal den Pfeil am Anfang. Wir können sie zurückziehen. Jedhoher, die Begründung. Die Begründung, die Begründung. Hier kommt die Party! Nicht mit mir mitgehen. Was machst du hier, Dima? Warum machst du das? Ey, ihr seid solche Affen, Alter. Hab ich dir gesagt, komm, push mit mir mit? Du wirst nicht einen halben Stunden Auftrag machen. Warum nicht? Mann, ey. Ich warte ein bisschen, bis rüber ist ein bisschen. Ich gehe hier, die ist rechts. Ich weiß nicht, wo die ist. Baffung. Ich gehe vor. Shit. Aber gut gemacht. Ich bin in meinem Leben die Kugeln für dich abgefallen. Brustmuskel. Der ist mir im Kauf. Kann ich kaufen, Dima, komm. Dima. Yes. Machen wir den Pfeil. Page, kannst du rollen, bitte? Und nicht einen Sniper? Die sind zu dritt rausgepuscht. Die sind zu dritt rausgepuscht. Two on side, at least. Race, push bath, if you can. Alex, mach ne Molly gleich im Beth-Eingang. Aber erst wenn du defused. Erst wenn du defused. Aber direkt vorm Eingang. Ja, defuse, defuse, defuse. Defuse. Der, so geht's auch. Schön. Nice. Ruin der Day. Ah, jemand kommt mir im Kauf, glaube ich. Hoffentlich. Sage, können wir bei mir. Wir hatten es doch oder nicht. Der hat doch, der hat doch jetzt freut. Achso, der hat ziemlich sprach. Ja, gar nicht gewöhnt. Der hat das Erraiss nicht. Hier hat jemand einen Korb genommen, äh, dort hin. Das war ich. Das ist wieder weg. Zwei sind B-Lang. Sage ist auch B-Lang. Geh zurück nach Hadima. Sage rotiert. Hm. Komm, peek, 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 peek with me, please. Die will mich verarschen, alter. Die steht gar nur rum und guckt mir zu. Die will. Ich bin drauf. W 개� hundreds. Huh. Ich werde deinem Nachtmärz sein. Ey, diese Rays, Alter, ich versteh's nicht. 2, Jet, auch. Komm, Alex. Hast du Molly? Ja, aktiviert. Oh, Ulti. Komm gut. Noch keine Ahrenzeit, noch keine Ahrenzeit. Teamer, wie ist es bei dir? Ja, Steps. Steps on A. Ah. Geh, geh mal, geh mal A, Alec. Geh mal A. Ich komm mal. Ich mach Volker auf B. Also ich hör nix mehr, ne? Ich hör, ich hör, ich hör jetzt sowas. Ich komm, B. Ja, Brimstone Smokes auf B. Zwei. Zwei. Onside, A. Hinter die Alex. Ja. Ich versteh's nicht. Das ist einfach ne Deadlock, die... Allein auf mir geht. Okay. Geh mal, geh mal, Alex. Ich mach, geh mal, Alex. Ich brauche das. Brace, kannst du mich kaufen? Danke. Thanks. Thanks. Kannst du sie halten, Hooker? Ich kann ja... Kannst du auch, Alex? Kannst du A und place auf Babb oder was? Alex, verkauf ich. Wir brauchen 3 auf B. Wir brauchen 3 auf B. Wir brauchen 3 auf B. Let's start this party. Was noch? Warum geht das? Ja, so. Fuck. Shit. Dann sind wir noch. Steps, be counted. ich habe diese race nicht alter zieht die irgendwas ach so die stehen in der macht gar nichts das ist natürlich cool ja ja töt immer noch kein immer weiter um fantastisch gespielt richtig gut gespielt ja 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 Das beginnt! Found them! Silence! Wait, nice links von dir! Das war! Schade, schade! Hm, 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 B oder was? Keine Ahnung, wir müssen jetzt gucken, wo die spielen. Je nachdem, da wo Deadlock spielt, dürfen wir nicht hingehen, sonst sind wir tot. Ist so stark auf dieser fucking Karte. Was? Nice. Mach Smokes, mach Smokes, Alex. Derace ist über rein. Derace ist über rein. Sage, wall, if you can. Sage, heal! Heal me! Heal me! Sage! Draw plate, Sage. Nice. Hier sind Lamps, ne? Oh mein Gott, alter. Nice. Wow! Noch trockener kann man es nicht sagen. Hey! Komplette Runde kill carry! Mit viereinhalb Kills. Was ein Geist! Nice! Alex... Alex komplett stumm erstmal. Das hätte auch besser sein können. Was für Huren so ein Team wäre echt unglaublich. Das ist unglaublich. Einfach noch 90 auf die Radar gemacht, alter. Keine Drohnen, die brauchen wir grad nicht. Jetzt Pfeil, Pfeil an die, Pfeil an diese Mauer. Los! Und Alex Smokes, du weißt wohin. Der ist genau vor uns. Ich hab dich! Ich hab dich! Nice. Races sind immer noch nicht aufs Side gegangen. Was ist das für ein Plant?! Alter, ich hasse die so sehr. Ich hasse unsere Sage. Don't push Sage, don't push! Don't give dem Gans. wenn du wenn du in der warte warum hat sie eine waffe schön 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 du musst du gucken musst du gucken rechts rechts die ma recht da war so eine sage mauer ja ja ich hab gestehrt warte fresse die ma ich hab's gehört alles cool du hast die mauer angeguckt von der sage die mauer gib mal deinen ghost bitte du kunde das für mich auch ok ne ne nein die mauer du kaufst nicht nein was nein das ist danke alex schau keinem juden wusste ich doch was das ist du gesagt der ist wahrscheinlich in der wolke oder unwahrscheinlich ich kann gar nix mehr in random einfach oh mein gott wo er oder was ja immer noch was hast du vorhin gesagt ellie er hat mich versprochen nice also ich habe es teilweise verstanden aber ich dachte mir was ist das ellie wo ich weiß die er für die buchstaben verwechselt nicht so bei Ich kann dir das kaufen. Die Sage war ohne Mikro... Let's go A, let's go A. Reiss, kannst du Satchel in? Danke. Du bist willkommen. Reiss, kannst du Satchel in oder nicht? Alex, mach mal Smokes. Danke. Schön auf C, schön auf C, schön auf C, schön gemacht. Nice. Ich hab falsch gepiekt. Sage minus 120. Right here. And one Heaven. Die Drohne, 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 Drohne. Drohne. Da, markier den. Markier den und guck, Lamps, Lamps, Lamps gucken. One enemy remaining. Genauso halten. Ne, der ist bei Alex, der ist bei Alex. Nice. Hast du hier schon eine Line-Up Alex oder nicht? Also ich hab mir angeguckt, aber ne. Ich bin glaub ich muss auf dieses Übrigungsgelände. Die meisten sind so präzise genau. Ja, ja, die sind alle ziemlich genau. So. Ich bin so rechtwinklig in die Ecke, so ein Fenster-Tradius. Übrigens, hier, das was du grad gemacht hast, jede Runde bitte will ich das sehen auf Attack. Wenn du weißt, dass wir zu 100% reingehen, deine C schmeißen, damit Teammates schneller laufen. Es gibt nicht nur Attack-Speed, sondern wir laufen schneller. Richtig gut, wenn du das gebrochen hast. War geplant. Ich glaub, das war ein Miss-Klick. Richtig. Zwei schon tot bei A. Hä? Wo ist die? Wie schnell ist die denn bitte? Unter dir, unter dir. Ja. Haben wir. Oh mein Gott, was eine Fotze ey. Das ist ja auf Fallmann. Niemann. Gerne. Spice Down B. Der hat auf Fallen die Schmerzen. Even with numbers, anything can still happen. Raze, can you push in first please? Er spielt einfach Raze, Alter. Und lurkt. Ich verstehe es nicht. Und gestern kriegen wir eine Raze. Was hat die gehabt? 37 Kills? Fast 40? Wir kriegen hier sowas. Ich habe dich zurück. Gebart. Gebart. Ich glaube, das ist schlecht. Ich habe nie gehört, wer ist das? Raze, go in. Ich mache einen Tower zu. Woher getting our gear ist? Hinter uns. Grimbsom. Grimbsom,Record. Grimbsom ist mir nochmal weg. Sag jetzt das ist Jade. Da ist doch toll der Lärm beim rauskriegen. jetzt noch mal wir haben wir haben wir wieder beslag oder was richtig lag schon wieder ich danke dir alex macht die einfach hier rein ist da war keiner sie ist trotzdem hier oh mein gott ich wollte ja das war mein best one bad verstecken und drohne auf zeit fliegen am zeit nach rechts fliegen hier in bad gucken die war vorher nicht mehr ob du musst irgendwo hingucken nicht eine mauer sind uns anstarten genauso ja stellst du hin und hält es jetzt ja nicht mehr nicht mehr versteckt da 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 prima ich bin jetzt links rennen teleporter Alex skrrrrrrrrr oh mein hehehe 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 we fight once again bist du grad fast gestorben weil du ein skin haben wolltest jaa ne du kannst drauf hehehe hehehe oh god das war das war ich stelle eltern zeit ein ich nehm wieder den account weg Alex das war bisher der größte adrenalin gekrieg gerade ey hehehe hehehe die millisekunde bevor er stört holt er sich noch als Kind bevor er den teleporter benutzt das ist unglaublich so werden helden geboren jaa Alex smoke 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 du siehst du siehst die raid geht schnell rein das heißt du nicht smoke rät das war schlecht das hätte mal rausblicken sollen du hast ult, du hast Ult, komm hier Ult Okay, du wartest auf die Ult, du wartest auf die Ult, du musst in der Infusion. Alex, Molly, Molly, jetzt, 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 jetzt. Geh in die Smoke, geh in die Smoke und warte dort. Hocke, 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 hocke. Hocke, du bleibst in der Hocke, du bleibst in der Hocke. Ulti, Dima. Warte, warte, Alex. Und das war's. Du piekst, du piekst, Alex, du piekst, du piekst. Gut Job, Dima. So spielt man. Gut Job, Dima, fick dich doch, Alter. Ich meine Grisha, gut Job, Grisha. Du hättest nichts davon gemacht. Gut Job, Grisha, Dima, du hast scheiße gespielt. Nein, Dima hat's gut gespielt, aber er hat's gerade aufhört. Jetzt entscheide ich mal, ich kann nur einen gut Job verteilen. Du wolltest, dass ich dort Insight da meine Ultim machen hätte. Ja, hättest du machen können, weil die Sage einfach hier in der Ecke rumstand. Ohne Probleme gekillt. Hättest du das gemacht, hätte Sage nicht, äh, der andere Stand Heaven, hätte ich auch von da nicht gekriegt. Das weiß ich nicht. Komm, Alex, Smokes. Sehr lang. Ich werde das Bike nicht vergessen haben. Ich sehe den Scheiß. Ich mach das Window zu. Ich guck hinter uns. Okay, nice. Oh Gott. Bär, 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 bär. Ah, die wusste, dass ich da bin. Ja, weil das eine normale Ecke ist. Oh, jeder kämpft. FG. Okay, who's got to attack or win? Oh mein Gott. Alex, 15 Kills, Dima, 11 Kills. Nice. Läuft doch. Schön. Genauso wie mein Durchfall. Läuft ja auch immer. Alex. Also wenn durch, äh, wenn... durch. Mein Gott. Bei dir läuft ja Alex, Dima, naja. Also. Die Backen, ich hab meine 27 plus Sternchen. Go, noch eine Runde schnell. Let's go. Okay. 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 22, Tima. 27, nice. Tima ist doch so ein Bastard, ne? Hat immer am wenigsten Kills, Alter, aber weil er Eisen ist, bekomme ich den meisten Punkten, ne? Alex, die haben stabilen 15 Kills, gerade noch 22 Punkte. Mega ungefähr, mega ungefähr. Ich habe vergessen, Alex, wir müssen den Dingern jetzt noch weiter zuschauen. Ich muss auch mal ein Schachtturnier gleich weiter schauen, ey. Guckst du Schachtturnier mal? Von Rocket Beans, ja. Guckst du Schachtturnier? Bist du ein Fanloser? Das war nicht der Mutmeid. Aber auch gerade in Rake war, oder wie das heißt, in Norwegen ist gerade auch Meisterkraft habe ich gestern auch ein bisschen geguckt. Nice. Hast du früher mal gespielt, oder wieso guckst du? Interessant einfach zu gucken. Ich finde es einfach interessant. Achso. Ich verstehe gar nichts, aber ich finde es voll interessant. Ne, ne, auch gespielt früher, aber wenn du intensiv spielen willst, musst du echt viel lernen und so weiter. Ja, ja, klar. Aber überlege ich, weiß ja nicht, vielleicht mal irgendwann. Aber gerade kommen auch so viele gute Spiele raus. Hm, heute ist Dragon's Dogma rausgekommen. Ja, Mann. Muss ich mir noch. Ich warte noch ein, zwei Wochen mal gucken, was die Reviews sagen und so. Ich habe es ja noch gut. Ob es die Queue aus? Mach mal Queue mal. Ja, achso. Keine Ahnung. Ich habe es ja noch Gutes gehört, plötzlich. Ja, ich warte erst mal so zwei, drei Wochen mal. Oder zu Ostern. Kommt vielleicht auch ein Angebot. Kannst du auch wahrscheinlich die Anfangs-Bugs weg und so'n Scheiß. Ja, ja, das ist immer besser. Das sowieso. Never-Player und Patch Day, ne? Oder Release Day ist dasselbe. Ich bin der Beginn. Ich bin der End. Wohh. 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 Ja, also die sind, ich glaube, jedes halbe Jahr ungefähr, ändert sich die Rotation. Nee, also da mit Mollys brauchst du eigentlich keine Angst haben, weil wenn, dann betrifft das ja, weil, guck mal, Mollys machst du ja meistens, du guckst ja in den Himmel und dann machst du ja die Mollys mit, keine Ahnung, deine komische Leiste da unten mit, also da brauchst du dir keinen Kopf machen, wenn du das meinst. Nee, nee, das ist, das ist, wie gesagt, nee. Hauptsache du lernst diese, sag ich mal, Standard-Mollys, also was weiß ich, du hast geplantet und vor allem, du musst natürlich, wenn du die lernst, musst du jedes Mal sagen, wenn du den Spike nicht hast, plant hier, Geist, und dann auf die Karte pingen, sonst funktioniert's halt nicht, ne? Das ist halt auch wichtig. Und sonst, äh, was weiß ich, hier zum Beispiel auf Ascent. Du stehst B-Main, alle deine Teammates sind reingegangen, jemand hat ein Standard-Plant gemacht und du stehst irgendwo in unserem Spawn und machst da, machst da ne Molly. Also, weil es gibt ja, du kannst ja theoretisch von überall Line-Ups haben. Also, dass du halt hier zum Beispiel, das ist das normalste Line-Up, Brimstone, du plantest hier oder da und Brimstone steht hier rum, hinter dieser Box und macht irgendein Line-Up oder er steht irgendwo hier in A-Main rum und macht ein Line-Up. Yo, wassup, Team? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Ich hatte fuck up. Muted. Muted. Dumme Hohenzöhne, Alter. Als ob sie die einzigen im Team Voice sind oder was. Alex, geh rein, geh rein. Nicht fighten, nicht fighten. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Hasst des Todes auf sowas, ey. Scheiß. Scheiß respektlose Hohenzöhne. Ich hasse sowas. Ja, was glaubst du wohl? Wie immer. Passt. Beauty einfach. Solche respektlosen Hohenzöhne. Erstmal eine halbe Stunde auf türkisch labern, obwohl die ganz genau wissen, dass nicht jeder hier Türke ist. Kann man bitte so respektlos sein? Ich raff das nicht. Halt doch einfach deine Fresse und red englisch. Ja, noch schlimmer. Ja, noch schlimmer. Mute denn einfach die mal. Respektloser Hohenzöhne. Der eine oder andere. Er ist mal schlecht. Ja. Ja. Das ist mal schlecht. Ich zuerst. Ich bringe dich. Das ist mal schlecht. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Und lass das nicht. Ich bin sehr敏. kannst du ihn töten die mal okay gut okay gut 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 Vielen Dank. Was? What? Er pusht aus der Viper-Mauer raus? Der Raps ist nicht aus Drohne, Dima. Ist egal, zu spät. Theo war in der Mitte. Was hat das jetzt gebracht? Okay. Da ist Dima. Pfeil nach hinten. Du versteckst dich und machst gleich Drohne. Nicht gucken, Dima. Du hast Drohne. Du hast Molly, Alex. Take flight. Weipern near you, Jet. Dima? Ja, ich weiß. Ich stehe es nicht. Das klappt einfach nicht. Sobald du ein Geräusch hörst, bleibst du stehen, machst Drohne. Das war's. Ich habe ein Geräusch gehört. Ich habe erst gemacht, als ich die da gesehen habe. Ich habe ein Geräusch gehört. Ich habe ein Geräusch gehört. Das war's. Ich habe ein Geräusch. Ich habe ein Geräusch. Das war's. Es ist esse did, der Hero. Ich stehe vor dir. Wir stehe an dich. Ich stehe an Ich stehe an mir. ственner Papa! Warte vorsichtig. Komm rein. Irgendwo ist ne Kamera. Weiß nicht wo die ist. Ich hab keine Spawn. Da ist die Scheiß-Spam. Oh mein Gott. Scheidige Scheiße. Stimmt, da war ja 3. Ich bin komplett behindert. What the fuck. Okay, sie haben versucht. Jetzt, wir brauchen eine Waffe. Okay, ich hätte die Waffe hergeben können. Da oben? Kannst... Ja, kannst du hier kaufen oder willst du nicht? Speckloser Huhn, sohn. Locken? Mach das. Das Alpha ist auch. Rechts ist direkter Mond. Hintopf, aufpassen, ne? Warum gehen wir nicht rein? Weil unsere Dolisten scheiße sind? Ja. Ich vergesse nicht. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich verrasse zu. Ja. Rechts von dir Dimas bei uns. Hier ist die Kamera, Dima. Hm? Über die war die Kamera. Da war die. Da war die. Da ist die. Da ist rein rein. Ok, das ist jetzt noch sichtbar. Oh. Mine ist 104. Ist minus 104. Kannst du dich verstecken, Lieber? Du hast die Ulti? Ja. Ich denke mal der ist saved. Out of charges. There. I'll teach them to respect their elders. I need this. Thank you. I will be their nightmare. Shadows traveling. Ah, there is no one here. Come, plant, plant. Reloading. 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 Schauts. Bro. You gave me one pad. Oh, echt jetzt? Ja. Das war kacke von mir. Mach einfach, Alex. Du musst eh üben. Keine Ahnung, wo du bist. Wo ist sie gelandet? Voll daneben. Ich sag ja, das ist Millimeterarbeit da in die Wolke, ey. Was für Wolke? Du meinst Molly? Ja, wo ich hinziehen muss. Ja, die Molly, aber ich muss ja so in den Himmel genommen irgendwie an der Spitze da hochziehen. Das muss man üben. Jaja, klar. Also da ist nicht so ein einfacher Punkt. Ich hab extra Magie. Warum gehen wir nicht B, wenn das Cypher A spielt? Ja, das klappt. Können wir. Warte mal, die haben ne Viper? Was? Wann? Warte mal, ich Apart, ich bin einfach richtig. Bitte. Warte mal, ich bin einfach直接 glücklich. Warte mal. Warte mal, ich bin einfach, bitte. geht das einfach hier. jetzt in einem mit marken heiße mann oh mein gott naja aber er hat sich umgedreht nach der ulti das war schon gut aber dass er sein fahnenkreuz dann direkt auf dem omen ist es nicht billig die mal will dein skin kannst du nicht weiss verhaltenskinder hey ist richtig frech der junge alter das geht übelst aggressiv ich bin doch endlich mein scheiß laser ich bin doch endlich mein scheiß laser komm ich will mal kaufen meine pistole bitte let's go 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 alex smoke und direkt rein kommt hey die sind schnell zu behindert alter ohne und und weiter links noch weiter links schade 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 race und jet haben das verpackt übelst die idioten alter ich hab das nicht was sie machen und alex ganz wichtig ne deine smoke ne guck mal die muss da wo der eingang ist ne oder ausgang je nachdem da muss sie auch aufhören das heißt hier hört die auf und hier hört ihr auf verstehst was ich meine die muss weiterhin mit market und weiterhin city rein damit aber guckt guck richtig dass das wie so eine mauer ist verstehst du also als ob du eine sage mauer machst bloß mit einer smoke nicht zu weit natürlich rein weil wenn du zu weit machst dann hat man hier lücken aber einfach damit es wie gesagt wie eine mauer ist also versuchs ganz wichtig schade 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 Oh mein Gott. Unsere Dunisten fangen immer endlich an zu spielen. Mein Gott. Wir haben 10 Runden dafür gebraucht, aber die spielen endlich. Die spielen das fucking Spiel. Hey, nice work. Stay safe. Lock. Okay. Cooler Kayonite auf jeden Fall. Pass bitte auch mal an. Alex, Alex, komm, komm, komm. Ja, ich komme. Wow, die... Oh mein Gott. Alles bad von mir. Alex, du hast Molly. Die Mod war Bruno. Warte, warte, warte. Immer noch nicht. Nur nicht. Warte. Jetzt. Lockier den. Flieg durch. Perfekt. Alex, du wartest. Klima, du piekst nicht, du piekst nicht, du piekst nicht. Nice. Alex, komm. Mal roll dich. Achso, du hast du schon. Lauf, 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 lauf. Lauf. Messer. Oh, die hat's gerade so geschafft. Wer, 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 wer? Hä? Vielleicht ein Operator rum, oder was? Ja. Wie wollt ihr Operator? Wenn sie nichts sagen, kannst du nichts machen. Letzte Runde, sonst hab ich Geld, kann ich dir kaufen. Ich brauche das. Nee, das ist doch egal. Nee, nee, ich hab alle fähig werden, alles gut. Oh, danke. Grim, kannst du kaufen? Danke. Oh, du kannst uns aufhinein. Oh, tonne schosen. Oh, das ist so, was. Man, die Schoen. Man, die Konge hat. Man, die Disparenation hinten ist. Mikey hat dir den Torben von 1995, oder was? 攀be. Was? Das ist frei, Alex. Ja. Ich gucke hinter uns. Ich gucke hinter uns. klingst Alex ganz wichtig so viel möglich die Molly machen wenn du noch ein bisschen Slaps hörst, damit wir rotieren können weil die werden die haben ein jet, die haben ein K.O. also die werden schnell reingehen und vorsicht geh hier irgendwo von den Mauern weg weil da kommt ein K.O. knife du wirst dann gesilenced hast du gehört? geh da weg Alex fäll dich hier weiter nach hinten hier in den Garden zum Beispiel äh was die mir? ich mach Schockdart zuerst ja 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 perfekt du kennst was zu tun komm hier rein das ist ja da sind sie wuatsch geh nicht zurück, wir spielen defense du gehst 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 wir sind wir sind wir die Oh mein Gott, das ist schlecht für mich Alex, piek, 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 piek Du musst den töten, der an der Tür ist Ja, perfekt Sehr schön Nimm die Ghost rechts Rechts ist ne Ghost So Ah, der wartet da schon, Mann Ja, deswegen, wenn du die Tür kaputt machst, weiter weg gehen Ja, ich hab das Platz fertig, dachte, der ist da hinten irgendwo Ich hab die Tür eine Runde entmutet, Alter, und bin enthiltet, ey Es ist unglaublich Ico Ico Save Save, du Behinderter Soll ich Schöpter wieder machen? Scheiße Ich wollte das Rechtsklick machen, aber naja Die Viper hat sich bewegt Hey, nice work Ich bin leider schon bei dir, Digma Oh mein Gott Achso, nein, gemeint Nice try, nice try Alex, komm, kill dich Nice, nice Willst du da nicht ne Marshall holen, aber okay Aber die ist genau wie ne Pistole, Alex, das weißt du, oder? Ne, das wusste ich nicht Okay Du musst, du Nein, nein, es geht ja nicht darum, dass sie langsam ist Es geht darum, die ist 100% genau Hier, guck, warte Hier Viele von hier nach da Da, ich ziele hierhin Ich hab nicht Ich hab nicht Rechtsklick gedrückt mit der Sniper Ich hab einfach Linksklick Also die ist genau ohne Visier, meine ich Die ist nicht wie ne Operator Okay, reicht Äh, Alex, mach mal mit Pop ne Smoke, bitte Danke Fuck Ich weiß genau, wo du bist Ich weiß nicht, was die machen Okay, egal I bet I guess This way Look for my shadows, they will hide you I'm saving I'm saving I'm buying Okay Hier kommt jemand Gehört Dima, da ist er, da ist er Der Omen Vorsicht, Vorsicht Versteck dich Ich hab's gepinkt Die kommt zu dir, komm Komm zu dir, Dima Ja, okay Ich hab's gepinkt Ich hab's gepinkt Das ist's Ich hab's gepinkt Sie werden von meinem Haus Super easy zu holen Das nennt man Jet Hey, nice work Mach mal den Pfeil, der zweimal springt, der müsste hier an dieser Mauer landen. Nice push, mal wieder, push gestorben, da muss es jeder Meterrunde machen. Fuck. Oh mein Gott. Obwohl ich die Waffe nicht in der Hand habe. Ah. Noch einer. Nice push. Nein. Schade. Wait until I blind them to strike. Oh, Judge. Ja, ist ne gute Waffe auf deinem Lab, aber... Ey, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, man. Ich pique, ich sterbe, ich spiel Defensive, ich sterbe, keine Ahnung. Oh, das wird ein Abfall. Ich kann mich nicht mehr auf den Weg runterladen. Oh, plates. Oh, plates. Oh, ist dabei. Oh, ihr habt ihn in die Nachwuchs. Oh, nein. ja mein gott einer war hier die anderen weiß ich nicht das ist unglaublich die letzte runden ist und gestorben gepusht und gestorben don't push guys please the only one that's pushing is race Raze! Raze, Energie mit meinem Bruder da. Keine Ahnung. Brim, smoke, smoke, smoke. Smoke, 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 guys. Haben wir die Spike gehabt oder wie ist das? Die Spike war da, meine ich. Na ja, wir haben sie nicht mehr. Ich werde hier campen einfach. Und warten. Okay, nicht mehr da. Ich glaube, die gehen A. Der A sein, Jett war in der Mitte. Jett macht irgendwas in der Mitte. Ihr wisst schon, dass die hier durchgehen können, ne? Smoke, ey? 30 Sekunden left. Spike down, ey. Das ist richtig bei dir. Warte. Warte, warte. Drohne, 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 Drohne. Sofort. Dach. Stopp, push, stopp, push, stopp, push. Stopp, push, stopp, push, stopp, push. Oh mein Gott. Alter, Junge. Warte mal noch paar Sekunden, ja. Es geht nicht darum, uns sehen. Es geht darum, er hatte fast keine Zeit mehr zu planten. Hätte Alex einfach nur ein bisschen geschossen und ihn Angst gemacht, hätte er nicht planten können. Ich tue euch auf Pussy, Alter. Ja, auf Pussy. Stopp, can you buy please? I need this. Schauf mir nicht den. Ich hab keine Art Geld. Ich hab keine Geld. Stopp. Ah, na, na, na. Alter, Mann. Get out, kassack auf. Don't push. Ich hab's ja gesagt, don't push, Alter. Red mit deiner beschissenen Race auf Türkisch, Alter. Don't push. Ich hab vielleicht in zwei Runden gepusht. Sonst war's. Smoke. So, ne, du bist auf Dings. Alles okay. Geht da nicht, da ist noch ein Operator, Alex. Nein, ich bleib hier. Unported, haben wir im Mittel. Careful. Hangen tot. Wall on B. Was, was ist on B? Wall. Ja. Ja, na ja, Race. Du musst ja theoretisch helfen. Ja, Race kann gar nicht. B, B. Hast du Drohne? Dann mach Drohne. 100 on Wipers. Sind die schon drinnen? Ne, die sind noch nicht drinnen. One is mid. Don't push. Operator. Operator mid. Ja, ja, operator mid. Ja, ja, operator mid. One mid, one B. Ja, ja, mid. We go B. Ich hör hier Steps. Wie schäppest du das? Ne. Steps on middle? Steps A. Steps A. Steps A. Don't push Bro. Ten seconds left. One enemy remaining. Er darf nicht spazieren, er darf nicht spazieren. Nice. Ey, einfach nur genauso weiterspielen. Einfach nicht respektlos sein und sich nicht wie ein dummer Hurensohn benehmen. Wie wär's denn damit? Bruder, du schreist mich hier an, Bruder. Anstatt es normal zu sagen, Decker. Du schreist mich hier an, Bruder. Ich muss sich dir Respekt beibringen, dafür ist dein Vater da, Junge. Bruder, du sagst was von Respekt, Bruder, du schreist mich an. Ja, Respekt, Digga, Respekt. Nein, Bruder. Nicht anfangen zu türkisch zu reden, wenn du weißt, dass keiner türkisch kann aus einer Person. Nein, Bruder. Respektloser Hurensohn bist du. Respektloser Hurensohn. Deswegen red ich doch richtig. Ja, Hundesohn. Respektloser. Hurenkind, denn. Ja, du bist ein respektloses Hurenkind. Das hast du richtig erkannt. Eine Mutter soll gefickt werden mit keiner Hunde so. Was soll ich machen, wenn er kein Deutsch oder Englisch kann? Nichts HB. Nur in einer Hurensohn. Basterd. Maybe rotating. Geh nach B, Alex. Ja. Alex? Ja, ja, ich bin noch weg. Ich hatte einen Zoom. Planting B. Ich hab euch geändert. Hm. Pass auf, Krisha, vielleicht war die hinter dem. Markert. Ich seh den jetzt. Kai aber Markert. Der hinten war glaub ich. Ey, ich wusste doch, dass der eine dort ist. Oh mein Gott. Ah. Ich wollte auch Main kurz mit Operator halten. Und dann denk ich mir, okay, nee, jetzt muss ich reingehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, drei mal die Mauer gemacht bei euch B, ne? Äh. Ja. Oh mein Gott. Ja. Arzt. Kai ist. Kai ist. Kai ist, du kannst. Der ist. Der ist. Der ist in der Treppen. was der drohne die man das der drohne ich komm nee mach jetzt hier das hier das hier pfeil drohne ready mach den pfeil und zeitgleich und dann drohne hinterher heben gucken heben Oh, nice. Never mind. Unsere Zwei-Tour-Listen sind nutzlos. Guck dir das an. Guck dir das an. Die sind komplett boosted. Holy fuck. Matchpoint. Schau für meine Schäden. Sie werden dich schlagen. Die ganze Zeit halt auf einer anderen Sprache redet. Nur weil er denkt, er ist halt was Besseres. Kann ich absolut nicht ab, sowas. Geht gar nicht. Stell dir mal vor, du sitzt an irgendeinem Tischalter und unterhältst dich auf einer anderen Sprache. Nur weil eine Person am Tischalter die Sprache kann. Und du probierst einfach alle anderen. Respektlos. Oh, wie kann denn die Jet da einfach rein? Okay, ist down. Nice. Okay, Sting. Cover going out. Ich geh A. Alter, geht die Raze auch weg? Oh mein Gott, Jet, Alter. Macht doch mal einen Kill in diesem Spiel. Wie? Macht die Raze? Warum? Cover going out. Blinded. War das seines Mord? Ja. Ich bin die Weg, komm mal weg. Ey, ich rach nicht. Woher weiß er das? Oh mein Gott. Ja, GG. 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 22 wieder minus minus 1 ohne minus 10 so du bist so ein bisschen was mit schach und ich ja kein wirklicher smurf account scharf ich bin ja auch nur gold auf meinem main account also smurf würde ich das jetzt nicht nennen der account ist selber hier ist der typ mit den du hier gestritten hast jetzt einen twitch account geschert und wohl und was meinst du der ist hier soja habe ich gesehen bricht der türkisch die ganze zeit oder was hat nix gesagt das wäre das wäre jetzt noch die krönung alter wenn es ein deutscher ist ja jetball light of attack komplett nutzlos weiß teilweise auch also bio ist bei ihm auf türkisch ja das ist ja schön für ihn dass er türkisch kann herzlichen glückwunsch das ich einfach geil finde es geht ja nicht darum okay es ist irgendwie bei runde oder so und die unterhalten sich kurz und sobald das spiel anfängt halten die die fresse nein nein die unterhalten sich alter erst mal weiter kein ding alle anderen sind komplett ausgeblendet die sind die main protagonisten alter in diesem programm alter was für nutten söhne alter ich bitte die raus hier die jungs ne ja noch ja was ist das? okay jetzt müssen wir frankfurt spiel und was in london ist ausgleiche in london und warschau scheiße so ich werde beim schweiz spielen bis später hast du zugeguckt ich habe reingeschaut das ist das hat eine junge so dass mensch oder willst du rein starten ich bin warm ich habe auf meinem anderen account gespielt das ist eine lüge erzählt doch nicht stimmt wirklich was jetzt du hast echt auf einem anderen account gespielt er kann schon das ok wie kommt es mal so okay gespielt oder was ja ich habe ein paar spiel gespielt ich wollte eigentlich nur wissen wie es um den account aktuell steht wieso hat er gebrannt aber ich habe ich überhaupt schon komplett mit dem spielen darf aber die haben ja schon seit graumer zeit die regelung dass man das level 20 sein muss und der ist ich glaube level 11 war ja wenn ich nicht ganz trof von 10 das wird noch ein bisschen dauern so locker 20 games oder so also 20 normals das zieht sich so unfassbar in die länge oder du spielst halt 10.000 spike rushers gefühlt dann wird das auch gestern richtig gut als ich so gut gespielt habe hat sich richtig gut games gehabt war mega spaßig wird dann so gut kommuniziert und alles richtig cool ich bin ich noch mal mit einem franzosen auf keinen Fall die letzten tage nur also einem ein game hatten wir tatsächlich welche die halt normal gespielt haben und die sogar englisch geredet haben aber sonst nur toxisch wichser alter die nichts können außer französisch reden alter oh fuck which is game no moment oh fuck na egal da warte ich lieber fünf minuten oder wie viel auch immer ich kriege was schreibst du scharf ich hoffe ich schaff es bald auch auf gold ich bin zwar im moment zwischen silber 1 und 2 stacker vielleicht schaffe ich es ja diesen monat noch oder nächsten ja wenn du weiter spielst auf jeden fall einfach öfters spielen und dann geht das dann mit ein bisschen mehr übung und dann wird das voll fit oh warte kann ich aber gleich eine kiste öffnen so ok jetzt gehen wir hier aus dem league raus samstag habe ich acht games gespielt uff ja das ist auch viel ja ich meine so mehrere tage hintereinander ja aber jeden tag acht games das ist auch hart obwohl gut bei mir ist es halt auch nicht anders aber nicht acht games auf einem account auf jeden fall und ich spiele gefühlt auf meinem zweiten account schlechter als auf meinem haupt account vielleicht dieses micromanagement eigentlich eigentlich absolut keinen bock mehr habe das zu machen wie im kindergarten aber naja 30 einlames team mit der range ja also ich kann ich kann dir ehrlich sagen von meiner erfahrung aus und von anderen spielern die ich gesehen habe guck dir lieber ein paar videos an wie du dein agent richtig spielst vielleicht ein paar irgendwelche kleinigkeiten die du halt noch nicht kennst guck dir an ob du halt guck dir dein eigenes gameplay an und geh in die practice range und mach das anstatt aimlabs zu machen bei aimlabs da übst du halt nur noch halt flicks du übst du halt auch kopf zu verfolgen sozusagen also dein fadenkreuz richtig zu halten aber du übst da keine peaks das heißt also du wirst dann nicht üben wie man richtig piekt also dass man halt zum beispiel wenn man um eine ecke geht dass man halt langsam wie ein kuchen halt wenn man kuchen schneidet hat langsam um die ecke geht und halt einfach nur mit a und d piekt und nicht mit w und a oder mit w d sowas lernst du bei aimlabs halt nicht da lernst du halt nur hohes also fadenkreuz placement letztendlich und das bringt viel oh gott falk was ist mit deinem ping was ist mit deinem ping oh ähm bunga 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 ich hab grad q abgebrochen deswegen weil ich gesehen habe es von grün auf gelb auf einmal geswischt also wie gesagt du kannst aimlabs natürlich machen das schadet auf jeden fall nicht also was aim betrifft und sowas aber das problem ist bei vielen leuten die halt unter gold oder sagen wir machen nicht mal unter gold unter diamond eher sind das teil dass die halt die ganzen sachen wie richtig pieten richtig fähigkeiten benutzen die map die map kenntnisse und sowas die sind absolut nicht da ich weiß natürlich nicht was bei dir der fall ist aber ich gehe stark davon aus dass einer der sachen auf jeden fall auch nicht top notches sage ich jetzt was machen wir jetzt weil du hast sogar frankfurt 97 anscheinend ist in ordnung ich mag das so da kannst geh mal auf die seite überprüft man den ping ist da wirklich so schlecht oder zeigt das valerans waren also hier in einer u klar oder irgendeiner internet speed seite ich habe noch nie ein shooter gespielt da habe ich überhaupt noch keine muscle memory also ich glaube schon sinnvoll naja das ist ja dann das ding so wie schon wie schon gesagt übst damit nur ein also nicht mal ein weil du gibst eigentlich nur da wo dein fadenkreuz sein wird beim flicken beim auf den kopf zielen und so weiter aber diese ganzen kleinigkeiten vor allem wenn du noch nie ein shooter gespielt hast die wirst du nicht wissen dass man wie gesagt wenn man in der nähe von der ecke ist dass man langsam piekt dass man am anfang nicht keine geräusche macht wenn die runde wenn man angriff spielt und sowas das wirst du nur durch zum beispiel youtube videos lernen oder halt am besten youtube videos ja wochen kann ich da zum beispiel empfehlen mein ping ist bei testern in ordnung also hier blöd ich weiß es nicht ja gut dann welchen server sich nehmen also wie gesagt vor allem also vor allem wenn du schon kein shooter gespielt hast beziehungsweise vielleicht wenn man noch nicht viel spielst vor allem die karte zu kennen wo welche ecke ist wo gegner stehen könnten und wenn sie in ecke stehen wie du an diese ecke ran gehst und und ein noch fast noch wichtiger als map knowledge nicht nicht wichtiger aber fast wichtiger ist wie du den agent wie du deinen eigenen agent spielst das ist tausendmal wichtiger als ein vor allem also du kannst theoretisch ohne agent knowledge mit sehr gutem name du kannst auch noch da mitkommen sage ich habe ich schon gesagt habe ich schon alles gesehen jemand der absolut sein endlich spielen kann und trotzdem in diamond ist aber ich sag's nur so ja wenn dir das spaß macht okay aber dann würde ich konnte das direkt spielen mache ich auch 80 cent man sieht da seine zweiten content da ist doch schön dann ist doch schön dann wirst du dich verbessern glaubst du bist einer der besten seiner elo das ist auf jeden fall eine gute einstellung war jetzt gedroppt tatsächlich von überall auf 45 das ist eine gute und dann wäre der nächste punkt noch vielleicht noch kommunikation weil da garantiert hier da ist keiner in dem sinne gut jemand also egal in welchem rang du bist man kann kommunikation immer verbessern die ist bei mir meistens auch nicht die beste weil ich viel zu satilte bin und von gegnern angepisst bin und ich dann ja rumschweie und weswegen tiltet bin aber ja das ist mir dann auch egal ich muss auch eigentlich kühlen kopf bewahren und auf mich selber achten also für mich selbst spiele sage ich das immer so das mache ich auch viel zu wenig vor allem wenn ich halt auf dem zweite count spiele da ist das gefühlt noch schlimmer als auf dem haupt-account das ist nicht schlimm scharf dieses mit mit dir selber reden das ist okay solange du deinen teammates deine intention sagst keine ahnung also angefangen bei hier ich smoke das und das ich weiß ja nicht was ist was für agents du spielst oder ich halte diesen und diesen winkel das ist eigentlich schon die fortgeschritten hauptsache du machst erstmal call outs keine ahnung was den gegner gesehen du bist gerade versteckt du stehst gerade da und guckst gerade nirgendwo der gegner kann ich nicht töten du sagst okay der gegner ist amen oder so sowas zumindest das ist das anfang von kommunizieren das existiert und silber absolut nicht das weiß ich und wenn du dann wenn du das schon richtig gut beherrscht dann kannst du sowas anfangen wie ich halte diesen winkel ich halte amen ich halte keine ahnung hier auf split ich halte mit band also holding mit band einfach und solche sachen oder oder noch besser du call out fähigkeiten das ist auch ganz ganz wichtig wenn du zum beispiel um defense spielst wenn jetzt zum beispiel wir haben jetzt ein omen omen ist der einzige das smokes hat wenn jetzt ein omen smoke auf a kommt sage ich nicht steps a ich sage omen smoke a also auch mit vielen seinen unterschied dann breach flash a cipher cage sage wall a und dann weiß man okay eins zwei drei sind schon auf jeden fall drei oder vier leute auf a ja dieser das ist eine lehrige diskussion dann konzentriere dich wenn die leute nicht darauf hören dann konzentriere dich auf die stadt hier ist ja okay hier ist ja gar nicht um ein small ushing hart rams Was? Die ist immer noch? One heaven, one here. Ja, unsere Killjoy ist mal wieder komplett useless. Wer hätte das erwartet? Alter, ist das unlucky. Die Sage hat schon auf mich gewartet. Die werden doch lockt. Warum hat die ihren Turm zurückgerufen? Hm, die werden EB gehen, ne? Ja. Holy shit. Die haben einfach Rampen gepusht. Mist, das unlucky. Ey, das mit dem Omen TP, das war natürlich mein Bad, ja. Aber das Ding ist, das Problem ist, in der Zeit, wo ich mich TP'n wollte, war schon die Smoke, also geht die Smoke weg. Die Smoke von Omen ist schon halt fast weggegangen, deswegen habe ich mich defeat. Also ja, ich hätte vielleicht noch ein paar Sekunden warten sollen, in dem Film. Wolle ich das? Ja, ich probiere das jetzt. Ach so, scheiße, ich habe ja keine Hanna. Egal, ich mache das jetzt trotzdem. Nobody A? Smokes B, please. Mach smoke, mach smoke, fast smoke. Oh, he's minus 26. Oh, unlucky. Sorry, yeah, me too, bro. There was a gun, but I didn't see where it was. Ja, bro, du kannst aber auch Deutsch reden mit mir. Ich lerne something. Placing Alarm Bot. Turret out. Hä, jetzt macht die... Placing Swarm Grenade. Ich verstehe diese Killjoy nicht. Das, was die in der ersten Runde nicht gemacht hat, macht die jetzt einfach. Oh fuck, ich habe deine Smoker gar nicht gesehen. Oh mein Gott, was ist denn hier? Man, die Tower, man, die Tower. Oh mein Gott, ich gucke gar nicht... Ey, Mann. Das war so bad. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Rainer, komm A, please. Gibi, gibi. Okay. Ja, das macht dann Sinn. Gibi, hab'n Sinn. Gibi, hab'n Sinn. Ich bin schuldig. Nothing A, Smog B. Ohne Smog B. Ja, wir sind doch halt auch alle. Hast du Molly? Ja, hab' ich gemacht. Das war's einer. Gib' mir mit. Shadows traveling They're going for A Zieltur mit 52 on Shadows traveling Shadows on B Dacht die gehen jetzt rein? Die Sage ist auf B-Gorange Ey, das gibt's nicht, man. Ey, wie ist die denn schon hier, Alter? Och, meine Pfeffer. Kannst du B-Kill-Drip, bitte? Ja, ich kann nicht pushen. Warum muss ich das erklären? B hat ein Eingang. Oh, meine Pfeffer ist das bad. Wir verlieren einfach auf das Brick, ey. Wie ist das? Holy shit. Ey, 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 ey. Ey, ich bin so boosted, Alter. Das ist unglaublich. Ich weiß genau, wo du bist. Ich hab's nicht. Oh, mein Scheiß. Alles egal. Was ist das, was das war, Dima? Das war... Dass Kai von der fucking Cage macht. Und nachdem er die Cage macht, pusht die Rayna seine eigene Cage. Warum die das gemacht hat, versteh ich nicht. Ich weiß nicht, warum die das machen. Mein ganzer Kopf muss jetzt so umstellen auf Gold und Platin und nicht auf fucking Bronze und Silber. Das ist so schlimm, wie verschieden die Spiele, Alter. Ich hab einfach gar nichts grad. Es geht ja nicht darum, dass ich genug Zeit hatte, das abzubrechen. Es geht darum, dass ich das schon in der Hand hatte. Es bringt nichts, wenn ich das schon in der Hand hab und dann die Waffe nehme. Die war eh schon vor meinem Gesicht. Deswegen hab ich das schon durchgezogen. Koffer geht raus. Wir werden. Kannst du Molly machen, Polly? Ja, ja. Ey, Mann. Das kann doch nicht sein, dass er da ist. Wie? Two have'n, two have'n. Ich hab's nicht. Wie oft soll ich das eigentlich noch sagen? Warum spielen die jedes Mal zu zweit auf B, Alter? Warum ist keiner mitwendet? Okay, stop playing Q-on-B, please. Wir haben keine Ahnung, wenn du das nicht verletzt hast. Keine Ahnung. Da ist eine Ahnung, eine Ahnung, das ist Killjoy. Das ist es. Das ist es. Jetzt ist ein Equal-Round, by the way. Was kaufen denn alle? Jeder kauft. Jeder kauft. Jeder kauft. Moment, smoke's A, B. Four on A, main. Alter, three on ramp. Ich ratz nicht. Drei Leute auf ramps. Why? Irgendwisch. Macht so keinen Sinn, Alter. Alter. Der kauft. Äh. Rotating. Kiltrug. Ich bin ein bisschen alt. Helft, Killjoy, Leute! Helft, Killjoy! Ja, deswegen habe ich gesagt, dass Killjoy hilft. Die sind doch nicht A, oder? ja zwei sind mit noch einer nicht da kann ich blenden kann ich plan die keine planen holte die waffe und verpiste ich dann lass mal tauschen das ist so behindert, warum spielt die da, das gab es nicht ich muss doch, sky, kannst du flash? wenn die round starten, flash, be main oder a main, wo auch du spielst wieso haben wir jetzt drei auf, alter ich verstehe es nicht man jetzt ist keiner be heaven, why is nobody be heaven, guys wake the fuck up ich verstehe es nicht man, wie oft soll ich das denn noch sagen, wie man spielt auf dieser karte ey ich hasse es man, ich hasse es so sehr what the fuck machen die ich weiß genau wo du bist ich weiß genau wo du bist jetzt No, don't surrender. Just listen to what I'm saying from the first round. 1B Heaven, 1B, 1 Mid-Vend and 2A. How hard is this guy? Holy shit. I'm saving. Don't buy, don't buy. Ich raff's nicht, Alter. Die kaufen schon wieder, ey. Das ist unglaublich. Ey. Man, it's time I go this way. Watch your money. Ja. Yo. Aus, rein, schnapp. Shit, I'm gonna retake everything. Yeah. Das ist nee. Die Hände, schnapp. Ja. Ja. Ich werde das nicht. Ja. 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 Das ist... Ich raff's nicht, Alter. Ey, die Sky geht wieder hierhin. Ey, ich will die umbringen. Ich will die einfach umbringen, Alter, ganz ehrlich. Ich will die köpfen, Mann. Es ist nicht ihr Ernst. Ich geh wie Heavens, hier läuft mir hinterher. What the fuck? Was spielen wir hier? Ich raff's einfach nicht. Take the ult off, Brenner. Take the ult off. Mein Gott, die Scheiße. Ey, das sind zu zweit, Mütter. One more to mid. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schlaf. Hey, Scout destroyed. Hoil pat. They're going B? You will not kill my ally. Yeah, Martin B. Hoil pat, the war begins. die spielen so gut im team zusammen unser team alter lupft einem daumen ich verstehe sowas absolut nicht kaufen jede runde hatte die skies wieder bieten gegangen ich verstehe nicht dass die ein flash hat den sie am anfang machen kann um die gegner aufzuhalten vom pushen ich habe das nicht mit tun mit tun mit ich mache ins mokin posse oh mein gott ja ist okay noch einer Two mids ist das jemand in heaven bin er hat ulti, er hat ulti mach einfach garage ult und dann ah da ist die, da ist die, da ist die gut ja, nice, so close alter einige scheiße, ich war das erste mal nützlich ja, ich nicht ich verstehe einfach nicht, wie die spielen ich vertapp gar nicht sind die keine Duellisten? ja doch, die haben ne Rainer, ok, cool oh, man spielt so überaggressiv alter, der macht keine Fähigkeiten also außer als Smokes macht er keine Fähigkeiten der pusht von 4 nach da der pusht fast durch deine Smoke durch alter, ich will meinen Blind in die Hand nehmen er steht schon hier fehlt mit ich raff es nicht ich habe so kein Game Sense, alter das kotzt mich an ey ich werde hier einfach bleiben Ja, ich bin nicht weg. Ja, ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Man, das ist ... Du bist es wirklich weg. Wenn du nicht wegst, dann bist du da. Natürlich du bist weg. Ich bin nicht weg. Nein, ich bin weg. Er ist offen. Der ist offen. Der ist offen. Auf geht's, Falk. Gut job. Komm'an. 9 freecurs. 9 freecurs. Komm. Ich wünschte ich bin. Ich lade den Brem. Ich lade den Brem. Wir haben ein schönes Setup auf A. Ich dachte, du hast ein paar Ballen bekommen. Ich meine, jemand muss den Spiegel holen, oder? Wenn wir den ersten Rumpen nehmen, können wir trotzdem gewinnen. Da ist nichts mehr dazu zu sagen. Die alle die von uns gespielt haben. Ich mach die Entry Smokes. Ja, klar, danke. Auf jeden Fall, deine sind schneller. Also, wenn du beide gleichzeitig machen kannst. Stage 1 mit. Ragnar, enter first, please. Smoked. Close that. Enemy spotted B. His mit Heaven. wie heaven are you making noise? yeah they can hear that drop man naja darum gehts nicht das war die dings das war die sky die sky hat die waffe aufgehoben und deswegen hat oma das gehört die spielen so viel besser einfach die spielen einfach so viel besser ja guck dir das an das ist einfach pick diese rainer pick diese sky killdur hat wenig was probiert also rainer sky die ganze zeit irgendwo zu zweit auf side und keine ahnung smokey edit smoke here 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 and then we rush main rainer flash here ich nehm wieder die entry smoke nice i'm alone inside nice need a flash here jetzt vor dir vor dir, genau vor dir jetzt Heaven Gottes und Heaven on side oh mein Gott Pabon, have a single life worth saving watch and learn take out enemy spotted mid reloaded I'm a side please reloading I'm a side please I'm waiting on another one heaven I'm there, I'm there one is on side yeah move, come move, come why don't you move why don't you move weil die keine Lust haben zu gewinnen ja ich hab so früh gecallt und die stehen immer noch irgendwo, keine Ahnung, wo standen die? irgendwo im Wind oder so standen hier rum How did we forget Spike? Together und der spike da ich verstehe es nicht von dieses game ist so schämt es dann ja 1st crush Kannst du mich zuhören? Sky Sky, heal Nice Kommt nichts, kommt nichts Kai, kannst du dich zuhören? For fuck's sake Ended, my ult is ready You have ult ready Sky I got the spike Yeah Well played, well fucking played This is so, oh my god This is a bad game Wie kann die keine heal haben, wenn die niemand geheilt hat? Aber ist das nicht auch ihre E? Das ist doch ihre Haupt- Nein, nein, ist es nicht Nee, ist es nicht Ist nicht Ihre E ist der Flash Der resettet sich ja auch Der resettet sich ja auch Ohne Pussy, alter Okay Er steht rum, alter Er steht einfach rum und dann ist er Heaven gepusht Er ist als Duelist Heaven gepusht Als einziger Duelist Es ist doch zum Kotzen, alter Holy shit Geht in der Hölle sterben Sky und Rainer What the fuck Sky schreibt Noob Team, alles klar Hat in Defense gar nichts gerafft Keine Flashes gemacht Nichts Keine Info gegeben Als Sky Als Initiator Hat die keine Info gegeben Alle anderen sind schuld Oh mein Gott Dann spiele ich lieber Frankfurt Ganz ehrlich What the fuck Alter Ist das ein schlechtes Game Aber Gamesense war ja komplett weg gewesen Unglaublich Der Gegner Showman hat mich so zerstört Er hat so gut Ja manchmal ist es halt so Manchmal haben die Gegner Aber unser Team war halt einfach shit Wir haben halt Es stand sich halt jeder gegenseitig irgendwie auf den Füßen Es war einfach Es war halt 0,0% Teamplay Keiner hat auf den anderen geachtet Jeder hat versucht irgendwie seinen eigenen Shit zu machen Und keine Ahnung Es ist halt typisch diese Elo Ich verstehe es auch nicht Wir haben so ein gutes Team gehabt Wir haben eine fucking Killjoy Killjoy hat Erst irgendwie nach 10 Runden Als ich ihr gesagt habe Alter, GB hat die gerafft Dass die B spielen muss What the fuck In der ersten Runde In der Pistol-Around Hat die sich eine Ghost gekauft Okay, geil Die Gegner sind einfach Ramps durchgepusht Irgendwie zu dritt oder zu viert Weil auch keiner mitwand war Weil zwei Leute auf B waren Ey das sind Solche Kleinigkeiten Wissen die Leute nicht Alter, auf Gold In Gold Jeder von denen war Gold What the fuck So komplett Keine Map-Knowledge Gar nichts Legt mich das auf Heilige Scheiße Äh, wir warten auf nen Kumpel Den spielen wir zu dritt Mh Das äh Kann aber auch kein Deutsch Also kann nur Englisch sprechen Isla Lox Hast ja auch mal mit dem Erfolg gespielt Jo What's up dude Yo Yo Oh mein Gott War das schlimm ey Oh Gott Falk, das ist die Bestrafung Dass wir die Maps so krank gespielt haben Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Äh Spielts Blumen ne? Hm Zweifern Wie immer Zweifern Wie immer Zweifern Äh Liste getrallt Weißen Can we have a second dualist? Also Sova oder Deadlock Deadlock kann besser aufhalten Sova ist besser beim angreifen Piece of shit What? Locked the apartment Okay, but why didn't you just lock Do you know the permission to have the lock Shut the fuck up fucking bitch Hogan son Oh mein Gott So das ganze Match I'm talking to Fenix, not you It's fine, it's fine bro Ha Oh zum Glück Ja aber Digga Warum insta lock der Reiner denn nicht? Ich raff's nicht Warum wartest du denn? Split sucks anyways Ja bro, but if you wanna play Reiner just insta lock that shit Like I don't really care who I play I just wanted to not play splits So he will get triggered Oh come on bro Don't start like that I'll play whatever I don't really care Man this guy was toxic as fuck Yeah he would have been a toxic teammate anyway So we can know right away Yeah, that's fine Oh Icebox is so cool I am the beginning I am the end Okay Okay Viper Und wenn ich dann noch Brim spiele das wird zu viel No 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 Not number one bro Triple dualist Let's go I mean controller not dualist Nah triple dualist is meta Now it Now bro it's shit What the fuck are you talking about? Not double dualist Double controller is meta though Yes double controller sure but not free On Icebox double isn't though Just Viper usually We in the old days Let's go Let's go Weil du weißt Wovie mit der spielt Also Wenn du ein paar Fähigkeiten verkackst Is ja nicht schlimm He says he will bottomfrag But he took A dualist He will bottomfrag But he took A dualist Yeah that's normal Okay both of them Are gonna bottomfrag As a dualist Lol Bro Frankfurt servers Let's go Yeah because My teammate Has a bad ping On our servers I'm gonna have like 200 ping GG Man that mali is coming Off the arena Feels like she's already hunting Hey what is it now? Alright guys Let's go B Let's go B What have I done? I got lineups Yeah we can go B Oh Wenn der wirklich landups drauf hat Dann Bekomm ich ein Zelt Hmm Das ist doch nice So I'm gonna lurk one mit A I can try do Lists Like A K What the Okay One snowman. Well done. Nest, nest. On side now, on side now. Drop. Oh nein, was macht der denn? Bro! Was macht der? Alles schon. Okay. Ich mein, die waren 3 gegen 1 und jeder pusht gegen die Rainer. Okay, cool. Versteh ich absolut nicht, aber okay. Burn bright, Phoenix! Okay. And just walk through mids. Slow walk through my smoke. I'll call you, bruv. Cover going out. Ding, ding, ding. Bunch of guys mid. Dump. For you. Check someone's turn. Ehh, w-one on top. Nest. Enemies got it! The end. I know. Going out of the wheel kil Moses. What a bitch. Ich mach von the team. fight them. Ashk 13 00505060 Positive traffic sens中共 anti attack zu 25 M-m-m-m-m-m-m-m-m-m See-g M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Let's go A How did we forget a spike? Yeah, no spike, nice Spike who? Spike No prisoners Let's go Alles quick, alles quick Cover going out Hey Phoenix Phoenix on Raptors, he dropped now Flank Flank Ich tp mich ganz nach links Er kann das nie im Leben hören, dreht sich um, gib mir einen Headshot Okay Okay Ist klar Woher auch immer der das wusste Rainer, eco-round Wait what, I hit Headshot for zero damage? I'm so confused Nah, it's a bug He just didn't hit anything But it shows like he hit something He's mid, he's mid Every spot is B Here One on yellow Right here Orange, I mean Phoenix, you have ult Nice 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 Good job guys Oh god Oh god I can't do anything I can't do anything Come back Come back Let's go Mal 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 Bye Mal This is my last game for today Yeah you play so well I can play ult on B Oh yeah I have no game sense I'll do the ult from here if I can get it, it's pretty good The Games from the other account have me already done You're not here Cover going out das meine ich kein mit wir haben nicht so ja wir haben nicht so viel kohle gehen wir mit und drive mich mal schnell 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 ich habe das schon drei gegen zwei gegen operator wir haben eh wenig geld in der welt oh ich schaff es nicht oder oh mein god ich habe genug kohle du kannst Ich brauche das. Ich brauche das. Los geht's. Kannst du hier riechen, bitte? Ja, ich werde hier riechen. Aber nicht. Nicht. Ein bisschen früh, aber die Mauer sind immer noch gut. Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Oh my god, haben wir eigentlich eine Reina, die wir in Lulis spielen? Okay, mal was. Ganz nice. Hey, again. Try to delay your wall a bit, bro. Don't make it so early, so they don't start wallhitting too fast. Okay. I just wanted to rush, that's why, but yeah. I'll wait. Yeah, but we can also start to rush when we're here. Like, they don't peek from here or like from there, so it's fine. Just go slow. Nevermind. He's just peeking. Nice. No charges. Alvin, of course. Sorry, dude. Like, my smoke was wet. One flank, one flank. Flank that. Da vor dir. Oh, du hast sie nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen. Okay. Yeah, flank the wall. Yep. Yeah, flanked my smoke, my bad. No, no, he just pushed through the smoke. Yeah, yeah, yeah. I know. I know, but like smoke was still bad. Like, it didn't cover this. I think there was like a hole, right? Yeah, yeah, yeah. It's like, I don't know. Let's go B. Du hast Vando-Skin, Bro? Ja, ja, schon. Danke. Du bist willkommen. Will ich wieder Mitte probieren? Ah, keine Ahnung. Ja, 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 ja. Wollt ihr mich verarschen? Both mid, one mid, one kitchen. Alter, Junge, die umkreisen mich einfach. Hey, bro. Nest, one nest, one nest. Nest, one side. Nice. Oh my gosh. Das ist auch wieder geil, ne? Wir haben, wie gesagt, ich verstehe gerade. Das ist jetzt Full Sun-B again. They have Revival ult and Phoenix ult. Maybe wait for this. They're on eco anyway, so we can just fast rotate through. Dann soll ich nicht laufen. Oh, they're so lucky, bro. Nah, bro, they're not lucky. That's what I mean. Like, it doesn't make any sense. No, they got so lucky, bro. This is what I mean. Like, we cannot show them from the start on where we are, bro. We're literally telling them, okay, there's Revival Wall. Okay, we're going there. Yeah, and that's it. Nah, I just, I just wiffed, bro. You should have seen from my perspective. Sure. I wasn't even ready for the fight. It was bad. I had easy double kill. N.T. Yeah, he's halt so dämlich. If you must fall, then fall near me. Gonna load the move. Egal, das ist nicht dein Ernst. Ah, toons spawn basically. Combine, combine. Yeah, du kannst eigentlich A gehen. Du kannst eigentlich A gehen, Volk. Ne, plant einfach schweiß drauf. Oh my god, der rennt einfach wie so'n Vollaffe. Ja, genau, stelle ich dahin, perfekt. Phoenix, it's kitchen, where are you looking? Lauf, 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 okay, auf die Spikes zu, das geht auch. Du kannst dich hier in diese Ecke hinstellen, Fikes, ne? No, man. Ja, das reicht aus. Sehr. 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 I need this to record it. What the fuck? Can I vandal bro? Phantom is fucking me over, bro. I need this. Thanks. Ah, man. Warum hatten wir die Maus schon wieder gemacht? Fuck, keinen Sinn. I've got your trail. I have the spike. I have the spike. BananaEden bis. I have the spike. Jet is mid, mit, mit. In kitchen. In kitchen probably. Nice Thanks B Ja, wir haben 5-Ball Ja, wir können mit dem Weg Vielleicht geben Sage den Spikes so he can ult early Oh ja, sorry, I keep forgetting Ja, nicht peck first so you don't die Ja, wir spielen slowly, scale up slowly Watch out op Ja, wir können nicht mehr so schnell, wenn wir die Wallen schon haben Das macht keinen Sinn, ich weiß es nicht Alter, können wir unsere Duelisten zuerst eingehen? Oh mein Gott Ja, unsere Duel ist so shit, Bro Ich weiß es nicht Warum müssen wir den Omen zuerst pushen, wenn wir einen Reiner haben Oh, Fenix Old Fenix Old ready too, nice Ich habe sowas nicht Der Fenix hat nur noch ein Kill gebraucht bis zu Fenix Old Warum hat er dann die Old Op hier genommen und dann die Ult hier gezündet? Müssen wir dem erzählen oder was? Hier Du kannst du hier aufhören Wenn du hier aufhören Ich habe eine Molle aufhören Ich habe eine Molle aufhören Nice Door FHL aufs FHL oh mein Gott 2 at least 3 Pushing 2 von minus 90 just wait, wait, Phoenix is behind them just wait nice, Phoenix nice good pick guys, what played good job guys oh mein Gott, das war so bad von mir wenn ich einen Kill da bekomme, bevor ich es so gut verschte absolut keinen Game Sense außer vorhin, vorhin war es aber okay ja, Reina, buy please er hat echt keinen Burschen ja, das ist echt oh mein Gott das ist ein Vibe-Wall? oh nein, nehmt das ist ein Cupid Steps A, hart like at least 2 A okay tell me what you want Wall Walling up now yeah yeah well done one more on pipes one more on pipes last one belt I think no no no, belt that he's on main, he's on main nice good luck guys can I have a pistol for somebody? nice hast du? ja, hab ich hab ich wie hab ich diesen Dingspush früher gemacht? ich hab das hab ich das so hier gemacht? boah, ich hab ich das so hier gemacht? ich hab das so hier gemacht Bro, what the fuck? ich hab das so hier gemacht? Smoke für den Phoenix nach B aus wo ist denn? went wang ist man Zeit? wang ist man Zeit? W 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 Schadost! Not ready yet! Stealing sight! They're rotating, I think? Yep. Okay, no, one's still there. But just one. Yeah, they're going A. Warte, du kannst jetzt einen in der Mitte killen. Oh, nice. Noch eine, noch eine. Ja, genau. Nice. Kill dich, kill dich. Schön, schön. Oh mein Gott. Nice try, nice try. Kannst du nichts machen. Einfach. Gut. Gut, Eko. I'm gonna play B. I'm lagging hard, bro. Phoenix, I'm playing B. Don't, don't go here. Go Kitchen, Mid, A, whatever. We don't need 2 and B. Du kannst theoretisch die B. Wie immer machen, Spike, ne? Kennst du noch, ne? I am everyone in 2 and 2. Ja, theoretisch. Ach so, okay. Keine Ahnung, ich hab mich nicht klar. Nothing on B. Okay, ich geh mal mit. Spike dropped. Spike dropped. Okay. Nice. I'm playing B again. Okay. Let's go. Let's go. Nothing on B so far. Someone's A. A shooting? Cover going now. Someone's A. My ultimate is ready. All A, all A, all A. Jet 70. Winnable. No, no, no. What? I hate Phantom, bro. Why did I buy a Phantom skin? I'm so dumb. We're all unlucky. The Reina is so dumb. Help. Oh. Help. Okay. Steps B. Rotating. Nice. Good job. Uh, Phoenix ult. Reina is there. If I can use Reina. if I can also�ill... hey we have the wall phoenix oh my god i pushed us oh my god lol epic aim how did phoenix miss her was she here what now she routed this way around jello that's why they were like 180 degrees of words yeah they will not come here again okay they have viper ult and sky ult yeah they're probably trying to get an ult when they try through i think they might be playing slow on it yeah outlaw top welcome to my world i'm feeling venom inspired a don't resist my heart circulates rain is down sparks a nice where was he he was belt oh it's dope if any of you die i lose it that river it's dope so don't embarrass me like that please okay that's old kill them kill them get out of my way stay in sight oh my god okay pushing b hard sorry my bad yeah that was dämlich yeah that was dämlich one mid jet snowman he's bei dir genau i'm the worst player in the world oh my god nah i fucked this up bro like i shouldn't have and if he was bad let's try hmmm he's a fucking head oh my god i have i have i have i have i have and wait we have to save them oh my god i am saving bye 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 bon bad 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 was okay monothek über please und manchen wie jetzt kann ich zu reviven hier bei mid boiler okay Okay, nevermind. Musst du selber sehen. One kitchen. No, it's fine. Nice run man. Nice run. Ja, das war echt gut gespielt. Oh, aber das gab es gespielt von mir. So, warum hat Brainer jetzt einfach nicht eine Hard-Violation machen können? Ey, das ist so dumm. Versteh das so gar nicht. Okay. Nothing on this sofa? Say it's A. Ja, vielleicht bin ich so sicher, dass das A ist. phoenix town watch on b guys oh sorry you're on b yeah is the other guy there yeah yeah he's on green oh oh nice what's that for a angst I had a hammer for you I stand here I have to go and the guy he didn't hear he didn't hear and then I got a hammer the problem is he slowly goes up these boxes and I didn't have a hammer I was 22 that I can see that I can see after the stream yeah that's crazy that I don't have to do that hmm shit the joke is over you're dead tap 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 a lot on b stay on sight oh my god oh my god oh my god oh my god he strikes Felix ult get us off the sack nice jet with operator pusher pusher cheers op nice I'm better than operator gg guys gg guys gg guys gg guys oh then we have to go into the stream yeah just do it that was super funny oh my god oh my god I'm going to go slow and then do you still play or hold on I can do one more cue I'll be right back yeah I'm fk2 for a minute maybe two ok 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 скую ok 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 yeah ok Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Should we start? Yeah. Okay. 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 Ja, Sky ist schon mal super. Cypher ist gut. Ja, Reina ist gekommen. Ja, Reina ist gekommen. You wish, bro. I wanna sit and spawn the whole game. No win. Okay. Wilder Aussage auf jeden Fall. Oh, er ist selbst. Helle Map. Mhm. Ich bin massiver. Aber ein bisschen schön. Okay. OG Characters. Yeah. Ja, okay. Vielen Dank. Wirklich? Bro, why is everyone dodging, man? No idea. Okay, wir haben Killjoy. Den brauche ich theoretisch nicht. So was spielen. Yo. Ich bin das Anfang. Ich bin das Ende. Und ... 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 K.O. in B. Okay, Junge, ihr geht so hart rein? Killjoy, you have to hurry, come on. K.O. in B. Heaven. Heaven is kinda... Nice! What the fuck, Reyna, holy... Dude! Oopsies, oopsies. Don't make it so obvious. Sorry bro, should I throw? Okay, I'm gonna throw. No, fuck off bro, what the fuck. No, I'm serious, I got banned on this account for a week. Because of what? I don't know, they said I was violating community guidelines. Well, then you were toxic. No, I'm never toxic. Guys, buy please, Spectras, Bulldogs, Marshals, whatever. But please buy this round. Bet. What is happening? Jet, hello? Hey, this is just HP or what? My hand is so bad. Joey, we're so good. Smoke here, smoke here, smoke. Thanks. Smoke here, smoke here, smoke here. Thanks. And beacon down! You will find they will come on! Button. Ouch! Finished! Plant the spike! Mercy, come on, bruh. Don't lose the spike! Fenton? Nice. Holy shit, man. Let's go, A. Let's go. Risha, komm mit mir. Catwalk and smoke bot mit. Yeah, sure, let's go. Wait for the smoke to pop. Yeah, yeah, yeah. Why is JETFK every fucking round? Finally. You want a hard push? Okay, okay. I guess. Blinding them? Blinded? Nah, bro. Sorry, sorry, sorry. Yeah, you went too close, bro. I ran a flash kick. Here. Cover going out. I have the spike. No charges. Yeah, the time is so ass to recharge. Nah, the thing is, like, we didn't need to make sound on mid, bro. That makes no sense. It doesn't matter. We just rushed them. They're not good. We win. That's not the point, bro. We're playing like fucking irons. We can just monkey rush them. Yes, like, you saw it. We cannot. Bro, like, come on. Don't behave like this is fucking iron. It feels like it so far. Yes. Rush B, guys. Rush B. You have spike again. Yeah, sorry. I don't know. Hold on. I don't know. We can do the smoke spike. Bro, like, come on. I got spike. Where do I need to enter? Jet, you have spike. Jet, you have spike. Nice. Right side. Right here, right here. Nice. Good job. Nice. Oh, I love this Vandal, bro. Oh, my God. Why do I keep taking the fuck? Jet, give the spike to Brimstone or Killjay. Jet, pick up. Spike, call me, call me, call me, Spike. Thank you. Thank you. Oh, God. Hmm. K.O. knife. Reload. Reloading. Bob mid, Bob mid, smoke. Shadows traveling. Don't make sound. All right, bro. It's obvious, anyways. It's obvious, anyways. I'm gonna smoke tree. You don't have to flash it. I mean, flash it. Stay inside. Oh, no. No, no. No. Okay, we're loading. Stay in sight. Ahhh. just go with the jet bro let me look we need the entry side don't overthink it wait for the silver dart and keo knife lands here here okay the jet stepped like an elephant through the middle it's not yeah i know right here es hilft einfach keiner ich verstehe das nicht nimm doch die spike einfach was macht er nie im leben oh no you have every ability ready you have time to plant and you do this okay but did you see the path is everything you spike he took spike peaked market went all the way around didn't plant and then with every bullet it's not about the aim i need vandalskin grisha i need vandalskin i need this there's a sober dart guys again there's a sober dart don't be stupid come back don't shoot it just don't get revealed jetwell it's over of course it's over oh no he did it he did it my ultimate is ready there you are in three one heaven one one gen one gen one three don't push we have four versus two one mid cabbie three three dead nice can somebody buy me brim can you buy thank you ko knife here guys go back his ko knife is shit bro it doesn't work run that far you know what to do it lands right here here last one it landed like here bro he just threw it at that yeah see it's sick here goodbye i have this bike cover going shadows traveling here where is the woman where is the woman where is the woman where is the woman to dust my ultimate is ready watch them run close still come on close now i'm greedy for fuck's sake i'm so bad that's my victory lose i threw it i wish so hard not i'm gonna lose no where is the miami it's in our hearts bro in our hearts oh sorry okay okay do you want spike? here you go spike wait again silver dart here nowhere to run reload cover going out enemy spotted mid head shot shadows traveling enemy spotted enemy spotted enemy spotted oha falco 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 what's the loos what's the battle done by geniuses and i am a genius sooo complete they have omen ult and reyna ult their defense could be better common ult is terrifying bro yeah just by waiting in the base enemy spotted a turret out how does he see through that bro how does he see through that bro enemy spotted enemy spotted killjoy bro don't be kill sorry killjoy don't be kill power is out KO on B main 1 mid 1 B last unknown close left Und er... NICE! Wait for the KO knife I'm gonna blind like this from main to here Oh my god, Jett, like... Holy shit, Jett Blinding I can hope Smoking first Why me? Oh my... How is he alive? It's you and me Hat er gewonnen? Ja Go 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 Oh my god Ich wusste die Piken mich zu zweit Ich denke mir so, egal Ich mach das nicht einfach Ich wusste die Ich wusste die Ich wusste die Oh my god His dart got even more advanced He put double bounce instead of single bounce Flash tree and gen please I'm gonna flash out as well Yeah, brother, you need to smoke Okay Oh my god Was passiert? W-Wieso können wir ein Main nicht entern? Weswegen? Wir haben keine Fähigkeit zum aufhalten What the KO knife? Egal We played 7-5 On the defensive side of the map That's fine Yeah, now it's really good Ah Egal Egal Wie gesagt Team 5 gespielt Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ach, das war der Omen, der die 4 zugemacht hat, die Gegner Ich hab's nicht Das ist lustig Jet, woher gehst du? Es sind schon zwei Leute auf B Woher gehst du? Go A Stack B Wir sind besser Oh my god Ja, Stack B mit Killed Ruedel Nice, bro They won't be able to put If we lose on B now We're just back I guess we will just Yeah, but you also peek? Oh my god You lucky fuck Nice Oh my god You lucky fuck Holy shit Nah, nah, nah Not luck bro They have KO flash They have ISO double damage They have Omen blind They have Purana blind And they didn't do shit They have They have really good aim That's what they have They don't need that Yeah, I just saw it They're insane That's why They don't even need ability They are so confident Bye, 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 bro Bye, bro Bye, 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 bye Bye, bye, bye Jill bad Few Get to the broken Fuck you! Gib mir deine Ghost, Bro. What? Lux. Gib mir deine Ghost. Your Ghost. Oh shit. Sorry, I was telling someone. Thanks. Snuff them out. They're gonna strike you. They're gonna rush me. Let's do it with Topsmoke. Yeah, let's see. Well, okay. You don't need to do it. They're running away. We got you. Cover going out. Enemy shot in mid. Yeah. So, there. Nice. I got A. You can rotate to B, guys. I'm holding A. They're mid. Okay. Never mind. Nice. Nice. Ich will zwar spielen oder was? Okay. Was sind Sie auf der Main? Das ist eine Red. Lucks. Wir machen mit Top Strike. Jet, wir müssen aus. Okay, eine Mid. Kildre, wo ist Ihr Turret? Pläst auf Ihren Turret. Come on. Er ist so dum, ey. Das ist ein Job. Es ist Sie und ich. Ich habe einen Ball. Ich habe einen Ball. Arm und Kloß, rechts. Oh, ich bin ein Pussy, ich bin zu retten. Alles gut. Alles gut. Falco, geh mal B, geh mal B. Also wenn die Jett nicht Dings macht. Jett, oh, geh weg, geh weg, Jett. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe zwei Leute, die nicht Dingsmöglichkeiten können. Jett, geh A, geh A, bitte, 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 bitte. Okay, nevermind, ich geh A, weil sie mich nicht hören können. Ja, wenn du das, sie sind A oder A? Hey, wow. Nicht die K.O., scheiß auf die K.O., scheiß auf die K.O. Genau deswegen. Ja, schießt die K.O. auf die K.O., nicht die Enemies. Eine gute Idee. Oh, du hättest dich doch... Mach Smoke, mach Smoke auf die Spie. Die Fuse, Bro. Smoke auf die Spie. Fight. Es lag, es lag, es lag. Oh, mein... He hat Legs, Bro. He hat Legs, Bro. He hat Legs, Bro. He hat Bad Ping. Shoot the Bad Guys. How's that for? Ich habe mich schon gewundert. Bro, he ist TP'ing. Dicke, du bist half-dead, Bro. Ja, I don't know how a Jett cannot buy two rounds in a row. Like, what the fuck is this? I think he can hear us even, Bro. Like, what? Of course he can. Did they PQ main last time? How did you die? Were they expecting the main push? There were... I blinded them and there were like five people there. It's A. Yeah, like this. Hide with me Grisha. Hide, hide, hide. I'm playing hell. They know, they know. Flash, flash, flash. Double flash. Nice. Right side. Nice. Don't push them, don't push them. We're fine. Watching mid. Going mid for sure. Nice. So far was left side. Oh my god. What? Where? He was mid top. No, 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 not there. Not there. He was left side. Don't... Don't push. One was once. Four versus one. He spawned. Nice. Nice. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. I know this. Thank you. He was B. Eh, quatsch A. Yeah, then we are. No, go, 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 go. Reyna, bro, go away, go away. We cannot have two smokers and controllers on there. Okay. Nobody's listening. What did you say? You're again. Three on A. Why? I mean on B. Oh, sorry. I was... I was doing something. B, B, B. Probably fucked all. Yeah, two mid. Something coming. Reloaded. They're going A. For sure. Okay. One guard, one guard. Behind us basically. Dead. Three, three, three. Nice. Yeah, bro, he's on me. Holy shit, bro. 33 kills. I'm telling you, it feels like iron. I don't know why. Like, this is not good. Let's end this. Well. Like, my elo is gold usually. Well, we have two silver accounts and one gold grey account, so probably we're playing with silver and low gold. Yeah. I guess so. Like, my main rank is only one higher than this. It's not like I'm smurfing, really. Wait, what do you mean? Your main rank is 1, isn't it? Yeah, exactly. It's not that much higher. It's you and me. Oh, for fuck's sake. Fuck Izo and his... Nah, nah, you're better. You're better. No, I'm not. He's not better. Three. Yes. The gun begins. Spike is on three, guys. Oh my god. I have one entry. This chat. You win. You win this. Is he still? Yeah, he's there. He's there. Left, 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 left. Nice. Yeah, you win the EG. Oh, jeez. CG. Oh my god, we're busy. We have to be carried there. Goddammit. Bro, what? Okay, everyone is gold, basically. How are they gold? What? None of them should be gold, bro. I don't know. I played like shit too. Like I had like two of the rounds, which were good. Nah, but at least you like understand the game and know how to smoke. Like none of my solo Q teammates understand how to smoke, so... That's why I play controller anyways. Yeah, me too. Because no one else knows how to fucking do it, so... You have to do it, you know? Dude, like the other days I saw like a guy who was like streaming on YouTube Red. And he was... He was silver. But like his teammate like wasn't X Diamond, right? So basically like... But the thing is like, of course, like if you haven't played for like six months or like one year and you haven't been in Diamond like for this long, of course you're fucking washed, right? But this dude played Omen and he didn't use one good smoke, bro. Like he used smokes like a fucking iron. Bro. I swear some people they don't know like how to smoke. Like how can he reach Diamond without knowing how to smoke, dude? The worst thing is when you see Omen players and like the whole game, they don't like... They TP like one time the whole game, bro. Yeah. Like they never use the TP. I know. That's how you know they're like shit Omen players, bro. Especially if they think like Omen TP needs to be like an aggressive TP. Like you can just change positions and shit. Like you can use it for anything, bro. You can use it aggressive. You can use it off angle. You can just go back like safety. It's so powerful and no one uses it. Like lower ELOs. Yeah, because they don't learn the agents, bro. They just want to shoot. That's it. Literally. Alright, bro. I'm gonna go off now. I'll catch you later. It was fun playing with you guys. GG's. You too, bro. See ya. So. Jetzt schließe ich mich an. Ich bin auch aus. Ja. Ich brenne schon lange wach. Ich brauche ein bisschen Schlaf. Alles klar. Danke dir für die Gamesart. Alles klar. Ebenso, Großer. Alles klar. Ciao, ciao. Nacht. So. Was ist hier mit, äh, wer? Was ist denn meine History bugged? Wer hat probiert? Was ist denn hier? Versteht das nicht? Habe ich Cookies gelöscht oder was ist das jetzt hier los? Da ist er. So. So. Fangen wir mal hinterher. Ne, ich spiele das, äh, nochmal zum Fischer. Also das eine noch. Danach, äh, wollte sie nicht mehr. Also ich spiele nur noch eine Solo-Q, denke ich mal. Obwohl, wir ein bisschen was Chilliges durchspielen. Spielen wir irgendwas anderes auf Steam. Ja, wir spielen irgendwas auf Steam. Ich bock auf TFT. Ne, nicht unbedingt. Das? Mit einem HB? Was? Was? Was, was meinst du damit, Tima? Ich hab das, äh, ich hab das vorhin schon gesehen, aber ich hab vergessen, da geht's antworten. Vielen Dank. Was ist denn Midnight Ghost Hunt? Alter, habe ich ja noch nie gehört. Achso, okay. Das Game ist erst gestern rausgekommen. 21. März. Multiplayer Hide & Seek Game. Das hört sich ja super witzig an. Ich muss sich mal auf die Beschlüsse setzen. Was gibt es noch? Ach stimmt, Horizon Forbidden West ist rausgekommen. Auf PC. New Cycle, keine Ahnung was das ist. Ist das ein City Builder? Okay. Ähm, was spielen wir dann schönes System? Bisschen Zombies vorbei war es? Nö. Das App brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Gas. Ja, wenn man zu viel Ausfall hat. Ein bisschen Hounds of Torment. Machen wir mit Spaß mal. Habe ich da eigentlich schon ein... Nee, habe ich glaube ich noch nicht. Oh, oh, oh. Äh? hat sich das nicht nur... ey fucking weird... hat sich nicht nur Vollscreen geöffnet, sondern in so einem komischen... egal. So, jetzt. Vollscreen. Hier rein und... Hau mal reinhauen. Und Scam weiß ich tatsächlich gar nicht, wo ich die hinmachen muss. Bei dem Spiel. Mal gleich gucken. Ich glaube, ich werde keine Fronten nehmen. Moment mal. Ne, ich bekomme kein Festgut dafür. Weißer. Ich glaube, ich werde keine Festgut. Ich glaube, ich werde keine Festgut. Ich glaube, ich werde keine Festgut. Ich glaube, ich werde keine Festgut machen. Ich kann eigentlich diese neue Karte spielen, ne? Oh, wir können auch mit Krieger hier das noch abschließen. 50.000 Slimes. Okay, ich brauche eine Cane Splitter. Eine Cane Splitter brauche ich. Dann brauche ich eine Lightning Strike. Strike sind 50.000 Damage. Und Hellhund. Okay, was ist das? Auch Lightning Strike. Arcane Splitter. Und... Okay, Defeat Lord Pain. Das ist halt diesen großen Wichsertöten. 25.000 Gegner töten. Ja, die Bibliologie. Hit Enemies 5.000 Times to Frontrun. Ah, ja. Nada. Äh, warte mal. Welche Map war das? Es war keine Map, das war nur hier. Doch. Es war halt Pointed Reverse, ja. Ja, alles wirklich hier. Boah, kommst du nicht schnell. Na, was gehen wir auf Crit? Wir gehen erstmal auf Damage. Geht noch Damage, Movements Speed und... Ah, das ist ja meines... Oh, Scheiße, warte mal hab ich überhaupt Items mitgenommen, ich Vollidiot? Hab' ich auch Items mitgenommen, ist die Folge. Oh ja, doch. Okay, die sind automatisch sicher gewesen. Nein, 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 nein. Nice. Und Schrittbonus. so stärker Okay, dass ich eigene Skelette bespüren kann. Ah, wir brauchen noch mehr Schaden. Bleibt noch nicht natürlich, aber ich komme noch viel später, damit wir das haben. Ah, macht man Speedface. Schade. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Ah, Baseblock. Oh Gott. Oh Gott. Ja, nehmen wir das. Oh Gott. 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 Skrits? Haben wir überhaupt... Dann haben wir jetzt 20 Sekunden. Das ist gut. Das ist gut. Das war's. 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 Oh, I think I lost that. Das war's. 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 Ok, jetzt ist das Floss, müssen wir noch die Erfahrung bei uns haben, ja, mehr Schaden, und hier lassen wir noch mal den Floss, wie wird es hier ausstecken, um den hier ins Feuer locken, irgendein Damage stimmt da oben, oh mein Gott, diese Magier gehen jetzt auf den Sack, ich muss noch mal die Floss, ich muss noch mal die Floss, das block Scheiße, stimmt, da kommt ja noch einer raus. Aber der ist noch nicht so strong. Ich denke, der verliert sein Schild einfach. Was war das? Ringblades? Nein. Lightning Strike. Hm, okay, ist hier gar nicht dran. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich den Boden schreit. Oh, ich weiß nicht, dass ich das richtig war. Oh, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir haben keine von den krisenkästen erfüllt naja wir haben aber 33.000 slimes gekillt das ist ne wirklich ich hätte 750.000 schaden müssen mit arcansplitter und ich habe 748.000 gemacht naja aber ich brauche auch arcansplitter nicht geskillt ich idiot 25.000 gegner in einem run gekillt ich habe 6.000 gekillt ja gut lightning strike habe ich eh kaum geskillt 50.000 höllenhunde fielten natürlich und 29.000 bis her 27.000 7,5 millionen mit arcansplitter, what the fuck wo ist denn das, was muss ich mit dem machen 3 millionen schaden mit arcansplitter in einem run ne steht aber nicht in einem run oder 4 4 was ist das, wie schlimm ist die 53 geworden unlucky so warte wir haben jetzt aber ein neues item vorgestellt ich habe das nicht befeuert ah stimmt ich muss das ja von ihm erst kaufen stimmt so und jetzt habe ich das von ihm gekauft jetzt packen wir das hier rein das passen wir in defense wir sind health block health ja ich denke mal defense ist besser ne movement speed ein wenig protect speed was ist das ich brauche jetzt nur noch eine mark und neck und das andere habe ich ja noch nicht gesehen um each level you are allowed to revive once per visit in the house aha okay ich kann also einmal sterben das ist natürlich auch nice ja ich muss auch fast hier schon fahren movement um und dann defense muss ich auch noch das hier alles hochscan mit nur weiter dorn ach so ach so okay da ich den boss von diesem level besiegt habe habe ich jetzt in einen weiteren modus das ist natürlich nice wenn ich mehr xp bekomme kann ich auch dieses level 60 schaffen mit dem flieger das ist ja auch noch eine halbe stunde jetzt in gehen was theo ist erst 14 minuten in dem normal drin wirklich ja gut aber ich mache jetzt auch nicht mehr lang dann wissen wir schon mal ein bisschen von halb zwei also fast halb zwei jetzt sagen wir jetzt noch eine runde cfc Ah, okay. So, jetzt noch mal. Oh. Ja, immer noch eine Runde. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Oh! Meine destination ist klar. Diese Geschichte ist noch nicht fertig. Sie sind so schrecklich. Sie sind so schrecklich. Das hat uns geöffnet. Das hat mich sehr, sehr gut geschafft. Soll ich doch nicht... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Und Graves, oh! 10 Stunden lang, aber ich weiß nicht, da müsste man das gleiche essen, wenn du ankommst. Dein hässlicher Bartmiss, by the way. Ja, der ist... Ja, der ist in meinem Jungle. Oh, ja. Der ist slow, da kommt jetzt nicht mehr auf die Lame. Also sollte er zumindest nicht. Der Bart, ja. Ja. Von Bord? Na ja, ich spiele selber so. Ja, hab ich auch gemerkt. Ich war mir eh an der Limit. Wie geht ihm scheiße für B1. Ich hätte dir das Service von Bart vergessen. Ah, war noch zwei Tage, denn das ist wieder ein Tagesfahrt lang. Wo ist Bart eigentlich? Ist der auf K oder? Nicht. Der ist top. Der ist auf einer Churnie, ist der. Wollt ihr bezahlen, der ja noch? Nachdem er gestorben ist. Nee, der ist ja nicht gestorben, oder? Doch, der ist ja umgefüllt. Achso. Ja, Grails ist bei den Grubs gewesen. Kann ich nichts machen, Racer Panels, Frio? Ja. Wenn die Kate nicht diven. Ist das Ulti? Nee. Auch ohne Ulti, glaube ich, ist das. Aber ich glaube nicht. Bart ist hier. Wird vielleicht Flash. Oh. Ja, ich habe gesagt, ich kann da nicht rein. Ja. Leere Drecks fallen und alles. Wir müssen halt die Welt rein. Dann kommen wir wieder. Ah ja, das ist die Grave. Ich habe mal so was, ob ich weggehe, aber ich komme wieder. Graves ist hier auf jeden Fall. Graves ist hier auf jeden Fall. Das war der Karte selber gecued. Weiß. Graves kommt her. Weiß kommt her. Ist egal. Es lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. So, Raka ist low. Also, kommt, 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 kommt. Aber auch nicht. Okay, doch nicht. Nein, nein, nein. Wir können hier nicht. Nein, nein, wir können hier nicht. Er hat nur gewonnen. Ich dachte, er hat mir gedacht, es ist ein Rusch. Wolltief. Graves ist immer noch Bot, ne? Der hat diese Pflanze gemacht. Also, das ist ein Bot. Ich habe keinen Mana. Ah. Und wenn ich Ulti habe, komme ich nochmal Bot. Der Bart kommt zu euch. Das ist Level 3. Oh, jetzt komme ich fort nochmal. So, die? Ja. Ja, jetzt habe ich Ult. Wartest du da? Komme. Komme. Ja, ich habe nicht gedacht, dass du gleich engagst. Man wird nur ein Besucher im Mindest-Ramp-Puschen. Nee. Ich muss das selber spielen. Ich habe sogar schon Zweck zu mir genommen. Okay. Du seid nicht mehr geneigt. Sonst spielt ihr mit Guardian? Das macht absolut keinen Sinn mit Raka. Du bist doch kein Tank. Warum? Deswegen hätte ich keinen Schaden. Schade. Ich bin doch Raka bestimmt mit Katze, oder nicht? Oh, ein Guardian. Ein Guardian. Du musst dir da eigentlich noch spielen. Ein Guardian gibt doch nur Schild. Ja. Ich habe den Tank-Tank-Owners. Ich habe den Tank-Tank-Owners. Oh mein Gott, da war... Oh mein Gott, da war... Wo ist mein Zeracke? Ist es so low? Ich hab anscheinend kein Top-Trainer, alter... Kannst du den Streis auch mal pingen ein? Ja, das weiß ich, da sind zu dritt bei den Grubs. Aber ich hab weder mit Trainer noch für Trainer. Interessiert das halt nicht. Oh, dann... tut mir leid, da ne, guck mich auch nicht. Ja, das ist so gut im Zeracke, aber ich weiß nicht, wie du sie vorhin... Dschungle war solo, nicht auf der Lade. Ja. Wart ist in meinem Top-Jungle... okay. Also... Wart ist in meinem Top-Jungle. Wart ist in meinem Top-Jungle. Jaja, ich hab ja nicht verstanden ob es Degrace oder Bard war Der Bard ist Top-Plan, den Catlin reinpushen, der Kulti Macht Rake, dann komm ich raus Ryze verliert 1 gegen 1 gegen einen Bard, der unterlevelt ist, ok, cool Ich mach einen bitte hart Die Catlin ist immer noch da Oh, Graves ist auch da, Vorsicht Ich muss noch mal kurz verbläst Laaaaaaaaaa Stop Naja Er hat geflasht Der hat geflasht G-Page Ich weiß nicht, ob er geflasht hat Was ist das? Oh, da kommt auch viel auf sie denn. Oh, das ist schützig. Da kann ich nichts machen, wir haben einfach so viel Damage. Na ja, ich bin auf die Reha drauf, weil ich davon ausgehe, dass ein 202 GP eine Reha innerhalb von Sekunden killen kann. Konnte er nicht. Weil, aus Gründen. Dann kam Bart und dann kam auch noch Frey. Ah, wie hat mich das geht? Ah, Sorok ist wieder irgendwo. Oh, Raka war Mitte, ich weiß auch nicht warum. Ah ja, Ryze brauchte etwa vermutet. Jetzt bestimmt brauchst du hier, ja. Ah, ich muss das ja auch hin zu hoher Zayzen. Einfach gegen den Block reinpushen. Verlierer gegen Ketten oder Solo. Neben der Range. Die Rotation ist noch so bad. Was ist das? Die Rotation von Soraka ist so bad. Ja. Soraka darfst du eigentlich gar nicht studieren. Ja. Was ist das? Ja. 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 Die Irelia ist immer noch hier. Gangplank, Gangplank. Ich weiß nicht was mit dem Jungen ist. Warum ist er immer noch Mitte? Obwohl die beschützende Irelia hier ist. Auf gehts!! Oh ja, er will nen FURTH machen. Ja, natürlich. Er will nen FURTH machen. Ja, natürlich. Ja, FURTH. nicht also ich habe so oft mit gepinkt als er das ein kommen soll jetzt geht das das ist ein Problem macht gar nicht ja herzlichen Glückwunschlein und mit Sack Hey, niemand... Drei Leute sind Toplane, obwohl Toplane nichts ist. Was ist da? Was? Ich verstehe nicht. Wir haben keine Lust drüben. Rollen alle, ey. Oh mein Gott. Ich werde nicht hinterher. Die O-Red-Buff ist abgeschüttet. Ah, schon gesehen. Ihr Team hat eine Turret verletziert. Wo ist das ganze Team? Ja. Einfach nur GG. Wir haben keinen Toplaner und komplett genutzlosen Mitlaner. Der hat 5 Kills, der macht gar nichts. Der macht ab und zu seine Ult. Wir haben keinen Tank. Keinen Toplaner Tank. Der hat mich als Bruiser und das war ab. Volibear als Solo-Tank oder Solo-Engager ist komplett Müll. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Bei CC oder sonst so. Das haben wir nicht. Kompletes Müllteam. Wenigstens Toplaner und Bruiser, Riven oder sonst sowas. Den Namen für wir das gewinnen sollen. Ich kann nichts machen. Ich glaube wir es laufen. Das war's. Das war's. Das schlimmste was der Volleyball an tun kannst du anstatt Stunts einfach Slows All in my life Just wait Hmmmm I guess I'm on Not too slow Oh Das war's für heute. Ich hab keine Ulf, ne? Ja, ich glaube, das versteht sich jetzt. Der Gangplank ist so useless, alter. So useless. Der ist so useless, der Junge. Wir gehen zu zweit auf den Graves drauf. Auf Gangplank, auf dem Farm. Ja, okay. Der einzige Damage steht da im Team. Ah, schon wieder flasht. Er hat doch grad noch nicht flasht. Ey, ne, man. Das ist unglaublich. Er hat Echo auch gefeedet, oder was? Ah ja, geil. Und ich hab noch kein mit. Holy shit. Wir haben nur Damage, ey. Wir haben gar nichts. Und Ryze, der erst in 20 Stunden sich hochscaled. Ein Gangplank, der keinen Faden macht. Weil er seine beschissenen Barrels nicht benutzen kann. Die er gegen Irelia Mitte gewonnen hat. Fraglich. Mit Cheats. Ich schießt hier hin. Oh. 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 Was? Ich glaub, er... Aber ja. Was? ... oder gegen bart den beschissenen hier hat was ist das für viele leute ich habe was ist das für viele leute wachsinn ist das lächerlich was soll das fahren gehen er hatte wenig mana hat es zugekorten hat es zu sehen das war die mausinn nichts nicht jetzt nicht jetzt nicht jetzt nicht in den gage egal was jetzt macht nicht den gage jetzt können wir den gage Der Elko macht so viel Damage, das ist was warte. Ja, und der Gangstang macht gar kein Damage, genauso wie der Ryze. Macht Null Schaden der Gangstang, Null. Ja, gut, ist gern. Und, hm, komisch. Hurraka wird mit Arie gespielt, ja. Komisch. Hab ich nicht erwähnt. Wie hat Gangplank gegen die Räder gewonnen, ich versteh das nicht, in die Scheiße muss die Räder sein, dass der die Läder gewonnen hat. Was war das für ein Gain, Alter? Naja, das scheiß ich wieder dich. 300.000 Punkte mit Gangplank. Äh, okay, der Ryze hat 900.000 Punkte mit Gangplank, aber spielt ihn selbst nicht, oder was? Ja, cool, ist Level 752, spielt wie eine, äh, die kaum lebende Tomate, die kaum lebende, ja. Marsch. So, ich bin raus. Alles klar. Ja. Ja, genau.